Am Ende des Kapitels zu funktionale Appsteract ION haben wir kurz funktionale und objektorientierte Appsteract ION einander gegenübergestellt. Hier nur noch einmal eine kleine Auffrischung, nachdem wir objektorientierte Appsteract ION bei Karel G intensiv gesehen haben. In funktionale Appsteract ION sind funktionen die zentralen Bausteine. In objektorientierter Appsteract ION sind es Objekte, zum Beispiel Roboterobjekte in Karel G. Zum Abschluss des Kapitels über Karel G hatten wir auch Strategieobjekte. Methoden wie beispielsweise Move-on-Turn-Left hatten wir bei Karel G ausgiebig gesehen und im Übungsbetrieb auch selbst implementiert. Der Zustand eines Roboterobjektes in Karel G ist, soweit wir es gesehen haben, beschrieben durch die momentane Street und Avenue, die Direct ION und die Anzahl Beeper. Jede Methode, deren Name eine Imperativform ist, hat jeweils ein Attribut des momentanen Zustands geändert. Wir haben mit Karel G erlebt, dass wir aufeinander folgende Zustandsänderungen genau durchdenken mussten. Vor allem wichtig und kompliziert wurde das Beischleifen. Damit beenden wir die kleine Auffrischung. Die Hysterik der Unterscheidung zwischen Referenzen und Objekten ist die wichtige Grundlage für objektorientierte Appsteract ION. Quasi der Blick in den Maschinenraum. Worum geht es dabei? Wir haben immer wieder gesehen, dass die Declarata ION einer Variablen von einer Klasse und die Erzeugung eines Objekts mit Operator New unnötig kompliziert erscheinen. Im einführenden Abschnitt zu diesem Kapitel werden wir den ersten Schritt tun, um das Geheimnis zu lüften, warum das so kompliziert aussieht. Den zweiten und letzten Schritt machen wir dann später in diesem Kapitel. Im Abschnitt zur Vererbung von Attributen. Das Laufzeitsystem von ION arbeitet ihr Programm auf dem Computer ab und bietet Ihnen einige Dienste, von denen später noch die Rede sein wird. Unter anderem erlaubt Ihnen das Laufzeitsystem. Völlig von der komplexen Organisat ION von Computerspeichen zu Apps Hierarchie RNS reicht, sich den ganzen Speicher als ein einziges großes Array vorzustellen, dessen Komponenten Maschinenwörter heißen und aus einer festen. Für alle Maschinenwörter gleichen Zahl einzelner Bits bestehen. Die Maschinenwörter haben fortlaufende Indizes. Die Adressen genannt werden, da der Computerspeicher viel zu groß für eine sinnvolle Foliendarstellung ist. Wird der größte Teil in diesem schematischen Bild nur durch Punkte angedeutet, siehe die Zusammenfassung Programme und Prozesse. So kann man es sich in diesem einfachen Speichermodell vorstellen. Wenn ein Objekt einer Klasse X mit Operatone eingerichtet wird, das Laufzeitsystem entscheidet, wo genau im Speicher das neue Objekt platziert wird. Dort reserviert das Laufzeitsystem dann ausreichend großen Speicherplatz für dieses Objekt. Eine solche Reservierung ist notwendig, damit kein anderes Objekt später dorthin platziert wird. Wo genau das Objekt platziert wird, darauf haben wir keinen Einfluss. Und wir sehen die Adresse auch nicht, brauchen wir auch nicht für die Arbeit mit Java. Später in diesem Kapitel werden wir sehen, dass neben den Attributen noch weitere Informat-Ionen in einem Objekt abgelegt werden, die wir nicht sehen, auf die wir auch nicht explizit zugreifen können, die für unsere Arbeit mit Java aber grundlegend wichtig sind. Und so kann man es sich jetzt vorstellen, wenn eine Variable vom Typ X eingerichtet und dieser Variable ein mit nur neu eingerichtetes Objekt zugewiesen wird, genauer gesagt, liefert Operator New die Anfangsadresse des neu eingerichteten Objekts zurück. Und diese Adresse wird dann mittels Zuweisungsoperator in der Variablen A gespeichert. Die Variable A ist also nur ein Verweis. Wir sagen eine Referenz auf das Objekt, diesen Zusammenhang zwischen Variable und Objekt kann man mit einem Pfeil veranschaulichen, das ist der erste Schritt zum Verständnis. Warum die Einrichtung einer Variablen und eines Objekts so kompliziert sind, die Variable und das Objekt sind eben zwei verschiedene Entitäten, die unabhängig voneinander eingerichtet werden. Das Bindeglied ist der Zuweisungsoperator, der die Adresse des eingerichteten Objekts in der Variablen abspeichert. Man kann auch gleich in der Definite AO an der Klasse festlegen, dass einzelne oder wie hier alle Attribute mit vorgegebenen Werten initialisiert werden macht man das nicht. Dann werden I und D jeweils auf die Zahl 0 und C auf eine Art Nullwert für Zeichen gesetzt vorgriff. Im Kapitel zu Methoden, Abschnitt zu Variablen der Klarheit Ionen, greifen wir Nullwerte noch einmal systematisch auf. Hier soll diese kurze Erläuterung erst einmal ausreichen. Auf die einzelnen Attribute können Sie lesend und schreibend mit dieser Notat AON zugreifen. Zuerst der Name der Variable, dann der Name des Attributs. Beides durch einen Punkt voneinander getrennt. In diesem ersten kleinen Beispiel sind die Zugriffe auf die Attribute I, D und C allesamt schreibend. Die Werte dieser Attribute werden durch Zuweisung auf die jeweils rechts vom Zuweisungszeichen stehenden Werte gesetzt. Hier sehen Sie zwei Beispiele für lesenden Zugriff auf das Attribut I. In der ersten Zeile wird auf das Attribut I des Objektes lesend, dann schreibend zugegriffen, in der zweiten Zeile auf das Attribut I lesend und auf das Attribut D schreibend. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Attribut in der Definite AON in einer Klasse als Final zu definieren. So wie hier das Int-Attribut I und das Cha-Attribut C, dann darf später auf diese Attribute nur nachlesend, nicht mehr schreibend zugegriffen werden. Ein final definiertes Attribut muss zwingend initialisiert werden. Später in diesem Kapitel werden wir eine alternative Möglichkeit zur Initialisierung eines Attributs sehen. Abschnitt fangt Ional Interfaces. Das Final betrifft genau diese beiden schreibenden Zugriffe. Der Sinn dahinter ist, dass es immer wieder Werte in einem Programm gibt, die garantiert nicht im Programm geändert werden sollen. Zum Beispiel die Anzahl der Jahreszeiten oder Naturkonstanten wie die Kreiszahl, um diese Werte vor unabsichtlichem Überschreiben zu schützen. Werden sie sinnvollerweise final definiert, dann schützt der Compiler sie, jeder Versuch, schreibend auf ein solches Attribut bei einem Objekt der Klasse X zuzugreifen, führt zu einer Fehlermeldung beim Kompilieren und zum Abbruch des Übersetzungsvorgangs. Im Gegensatz dazu ist das bei primitiven Datentypen alles nicht so kompliziert. Hier gibt es keine Unterscheidung zwischen Variable und Objekt. Der Name der Variablen bezeichnet einfach die Speicherstelle, an der der zugehörige Wert gespeichert ist in der Speicherstelle, die mit dem Identifier N verbunden ist. Steht also die Zahl 1 selbst in der Speicherstelle, die mit dem Identifier A verbunden ist. Steht hingegen, wie wir gesehen haben, die Adresse des Objekts. Zurück zur ursprünglichen Klasse X mit drei Attributen. Wenn wir mehrere Variable von Klassen und mehrere Objekte einrichten, dann sieht das Ergebnis im Prinzip so aus. Im Rahmen des ihm vom Betriebssystem für ein Java-Programm zugewiesenen Speicherbereichs ist das Laufzeitsystem völlig frei darin, Variablen und Objekte beliebig zu platzieren, so dass das Bild wie hier angedeutet beliebig unübersichtlich werden kann. Es gibt keine Garantie, dass die nacheinander angelegten Speicherplätze linear aufeinander folgen oder ähnliches. Das ist auch für das Arbeiten mit Java egal. Es geht hier nur um das Hintergrundverständnis. Jedes einzelne Attribut, i, d und c, bekommt bei der Übersetzung der Klasse X einen für alle Objekte der Klasse X gleichen, festen Abstand, englisch Offset, zur Anfangsadresse des Objekts. Natürlich so, dass die Speicherbereiche der drei Attribute sich nicht überlappen, wenn im Java-Quell-Dext über eine Variable wie ein Nann auf ein Attribut von X wie etwa D zugegriffen wird, holt zu A.D, dann wird dies vom Compiler in Code übersetzt, der die in A momentan gespeicherte Adresse hernimmt, den Offset für D draufaddiert und dann auf die Daten an diese Adresse zugreift, analog natürlich bei der Variablen B. Selbstverständlich sind auch Zuweisungen vom Attribut des einen Objektes zum Attribut des anderen Objektes möglich. In diesem kleinen Beispiel wird auf das Attribut D von A lesend und auf das Attribut D von B schreiben zugegriffen. Wir werden später mehr zur Verbiegung von Referenzen sagen. Hier erst einmal nur die, sicher nicht überraschende, Feststellung, dass man durch erneute Zuweisung dafür sorgen kann, dass eine Referenz nicht mehr auf das ursprüngliche Objekt, Gesteritsch älter Pfeil, sondern von diesem Moment an auf ein anderes Objekt, durchgezogener Pfeil, verweist. Und natürlich ist es auch umgekehrt durch Zuweisung möglich, dass zwei verschiedene Referenzen auf dasselbe Objekt verweisen der Zuweisungsoperator kopiert also nur die Adresse, nicht das Objektvorgriff, später in diesem Kapitel. Im Abschnitt zu Zuweisen kopieren, werden wir sehen, wie man stattdessen das Objekt kopieren würde. Arrays werden in Java völlig analog zu Klassen gebildet. Daher gehören sie in dieses Kapitel. Eine Variable vom Array-Typ enthält ebenfalls nur die Adresse des eigentlichen Array-Objekts. Das Array-Objekt enthält die Komponenten des Arrays und zusätzlich noch ein Finalattribut namens Längs, also Englisch-Länge dieses ist vom Typ int, und in ihm wird die Anzahl der Komponenten des Arrays, wie sie bei der Einrichtung mit nur angegeben wurde, gespeichert, um auf die Komponente an Index i zuzugreifen. Wird die in A momentan gespeicherte Adresse hergenommen und die Größe von Längs sowie i mal die Größe einer Komponente drauf addiert, das ergibt die Anfangsadresse der Komponente an Index i. Wir schauen uns die Nutzung eines Arrays an einem kleinen Beispiel an. Die einzelnen Double-Werte mit Indizes 0 bis 4 lassen sich mit beliebigen Double-Ausdrücken initialisieren. Der Index kann durch einen beliebigen Int-Ausdruck spezifiziert werden, der dann einen Wert im Bereich 0 bis 4 haben muss. Wird ein Index außerhalb des Bereichs angegeben, dann wird der Programmlauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen vorgriff. Im Kapitel zur Fehlerbehandlung werden wir sehen, dass dieser Programmabbruch auch vermieden und durch eine eigene Fehlerbehandlung ersetzt werden kann. Dasselbe gilt bei jedem lesenden Zugriff, Egal ob die Array-Komponente beispielsweise als Parameter einer Methode oder als Teil eines Ausdrucks im Rahmen einer Zuweisung ausgelesen wird. Der Komponententyp eines Arrays kann auch wiederum ein Array-Typ sein. Der Typ Array von Array von Double wird dementsprechend mit zweieckigen Klammerpaaren angegeben. Das Konzept lässt sich natürlich beliebig verallgemeinern auf noch weitere Ebenen. Also Array von Array von Array von Double und so weiter. In dieser Form wird dann ein Array eingerichtet. Das als Komponenten fünf Arrays von Double enthält. Den einzelnen Komponenten des Arrays A können dann eben Arrays von Double zugewiesen werden. Mit zweieckigen Klammerpaaren werden die beiden Indizes angegeben. Konkret hier wird die letzte Komponente im Array an der letzten Komponente von A angegeben. Und natürlich genauso beim lesenden Zugriff. Wenn die Größe eines ein- oder mehr-Diamonds-Aonalen Arrays beim Schreiben des Quelltextes schon bekannt ist, kann man alle Komponenten mit dieser Schreibweise auf einmal initialisieren. Wobei implizit dann auch die Länge des Arrays spezifiziert ist. Der Compiler erkennt, dass das ein-Diamonds-Aonalen Array Länge 9 haben und jede Komponente fortlaufend mit diesen Werten initialisiert werden soll. In diesem Beispiel steht also an jedem Index der Wert Index plus 1. Hier erkennt der Compiler, dass das Array Länge 4 haben soll. Wobei an Index 0 ein Array mit Länge 2, an Index 1 ein Array mit Länge 3, an Index 2 ein Array mit Länge 1 und an Index 3 wieder ein Array mit Länge 3 eingerichtet werden soll. Die Initialisierung der Komponenten der vier Arrays ist analog zur Initialisierung von A oben. Die einzelnen Werte werden in der angegebenen Reihenfolge an die Indizes in aufsteigende Reihenfolge geschrieben. Wie der Name schon sagt, enthält ein Objekt der Klasse Java.lang.String eben einen String. Also eine Zeichenkette im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen von Java haben wir schon gesehen. Das String-Literal in doppelte Hochkommas gesetzt werden. Wir können uns Strings als eine Form von Arrays von Zeichen vorstellen. Und tatsächlich sind Strings mit Sicherheit intern als Arrays von einzelnen Zeichen realisiert, aber Arrays sind eingebaut in die Sprache Java. String ist hingegen eine zwar vordefinierte, aber ansonsten ganz normale Klasse, sodass alle Operat-Ionen auf Strings durch Methoden realisiert sein müssen vergleicht mit Racket. In Racket sind Strings hingegen eingebaut. Wir schauen uns nur ein paar ausgewählte Methoden der Klasse String beispielhaft an. Eine Methode namens Längs für die Länge des Strings, die keine Parameter hat und int zurückliefert. Eine Methode namens Charat, um auf das Element an einem gegebenen Index zuzugreifen wie bei Arrays, ist auch bei Strings der erste Index gleich 0, sodass ein String der Länge f einen Indexbereich von 0 bis 10 hat. Wie schon am Anfang des Kapitels zu lexikalischen Bestandteilen angesprochen, gibt es einen primitiven Datentyp Char zum Speichern von einzelnen Zeichen im Abschnitt zu Literalien. Im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen haben wir gesehen, dass Charlatral in einzelne Hochkommas gesetzt werden. Die Klasse String bietet einige komfortable Möglichkeiten. Um mit Zeichenketten umzugehen, wir zeigen hier nur beispielhaft zwei davon. Die erste ist eine Methode, die für ein gegebenes Zeichen den ersten Index zurückliefert. An dem dieses Zeichen in String vorkommt, das Zeichen klein o kommt an den Indizes 4 und 7 vor, Rückgabewert ist also 4. Diese Methode bekommt als Parameter einen sogenannten regulären Ausdruck. Englisch Regular Express ION Ein Regular Express ION passt auf eine endlich oder je nachdem sogar unendlich große Menge von Zeichenketten die Methode Matches liefert genau dann true zurück, wenn die Zeichenkette auf die STR verweist. Zu dieser Menge gehört aber Achtung, verschiedene Programme und Programmiersprachen verwenden Regular Express ION es in leicht unterschiedlicher Weise, so dass das hier Gesagte auf die Methode Matches der Klasse String in Java zutrifft. Aber keine Garantie dafür, dass das auch exakt so aussieht, wenn Ihnen der Begriff Regular Express ION in einem anderen Kontext begegnet. Der Punkt meint in einem Regular Express ION nicht das Interpunkt IONs Zeichen, sondern steht als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen das Plus sagt. Dass das Zeichen vor dem Plus ein oder mehrmals vorkommen darf, das Zeichen vor dem Plus ist aber durch den Punkt beliebig. Das heißt, dieser Regular Express ION passt auf alle Zeichenketten, die mit Groß-H und Kleine beginnen, mit ALD-Enden und mindestens ein Zeichen dazwischen haben. Weitere Details der Klasse String schauen wir uns hier nicht an nach dem, was Sie in diesem Abschnitt gesehen haben, sollten alle weiteren Methoden der Klasse String selbst erklärend für Sie sein. In Java sind Strings zwar als Klasse realisiert, nicht als primitiver Datentyp, aber trotzdem wird in Java die zentrale Rolle von Strings durch spezielle Sprachkonsterokte berücksichtigt. Hier die beiden sicherlich wichtigsten Beispiele. Diese beiden Ausdrücke sind absolut austauschbar. Das heißt, speziell bei Klasse String gibt es eine intuitive Kurzform für die Einrichtung eines Stringobjekts. Nun das zweite Beispiel, die Methode CONCAT von Klasse String liefert als String die CONCATENAT ION aus dem String, mit dem die Methode aufgerufen wird, und dem String-Parameter konkret wird der Parameter an den anderen String angehängt. Der Begriff CONCATENAT ION mit Verb QN ketenieren wird allgemein in der Informatik verwendet. Wenn wir hier zwei Strings zu einem zusammengefügt werden, in dem der zweite an den ersten angehängt wird, ebenso wenn zwei Listen oder ähnliches zu einer durch aneinanderhängen zusammengefügt werden, wichtig ist bei Methode CONCAT von Klasse String, dass der String, auf den es TR3 hinterher verweist, ein separates, durch Methode CONCAT neu eingerichtetes Objekt ist, das zwar dieselben Zeichen enthält wie die beiden Objekte, auf die es TR1 und es TR2 verweisen, aber ansonsten haben die drei Objekte nichts miteinander zu tun. Auch für diese spezielle, sehr häufige SITUAT ION gibt es eine intuitive Kurzform. Leitral hatten wir im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen von Java-Quelltexten kennengelernt, inklusive 0-Leitral sind wörtlich hingeschriebene Werte von Typen, etwa wörtlich hingeschriebene Zahlen bei Zahlentypen. Man kann eine Variable oder Konstante von einer Klasse oder einem R-Typ entweder auf die Adresse eines Objekts setzen, oder man kann sie auf den symbolischen Wert 0 setzen. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht in den Variablen A und B steht nach Setzung auf 0 ein bestimmter, fester Wert, der nicht die Adresse irgendeiner Speicherstelle ist, greift man bei A auf Attribute der Klasse X lesend oder schreibend zu oder ruft man mit A eine Methode von X auf oder greift man lesend oder schreibend auf eine Komponente von B zu. Dann bricht das Programm mit einem Fehler ab Vorgriff. Variablen von Interfaces können ebenfalls auf 0 gesetzt werden. Vorgriff im Kapitel zu Accept IONS werden wir sehen, dass dieser Programmabbruch auch verhindert werden kann. Attribute von Klassen kennen wir zur Genüge was wir bisher kennengelernt haben. Nennen wir in Zukunft genaue Objektattribute, wir schauen uns kurz eine komplementäre Form von Attributen an, die man Klassenattribute nennt. Steht bei der Declarata ON eines Attributs das Schlüsselwort static vor dem Typnamen, dann wird für dieses Attribut nicht in jedem Objekt eine Kopie des Attributs angelegt, sondern nur eine einzige Speicherstelle für die ganze Klasse die normalen Attribute. Die ohne Static nennt man dem entsprechende Objekt Attribute. Die mit Static nennt man Klassenattribute-Nebenbemerkung. Versuchen Sie nicht, einen Sinn dahinter zu finden. Dass das Schlüsselwort für Klassenattribute Static heißt, dahinter stehen pragmatische Gründe aus der Vorgeschichte von Java, die hier zu weit führen würden. Die Konsequenz daraus, dass i ein Klassenattribut ist, ist natürlich, dass jeder Zugriff auf das Attribut i zur selben Speicherstelle führt, egal über welches Objekt. Um das zu sehen, richten wir wie gehabt zwei verschiedene Objekte der Klasse x ein und lassen die Variablen a und b auf je eines dieser Objekte verweisen. Wenn man nun über eine der beiden Variablen, etwa a, dem Attribut i einen Wert zuweist und dann den Wert des Attributs über die andere Variable, b, abfragt, dann kommt natürlich der Wert heraus, der vorher über a zugewiesen wurde. Denn a.i und b.i bezeichnen dieselbe, nur einmal eingerichtete Speicherstelle. Genau das ist bei Objektattributen anders. Da spricht man über zwei verschiedene Objekte mit demselben Attributnamen zwei verschiedene Speicherstellen an, die nichts miteinander zu tun haben. Diese Schreibweise ist neu, wenn das Attribut hier ohnehin unabhängig von dem konkreten Objekt ist, dann ist es nur konsequent, wenn man es auch ohne eine Variable ansprechen kann. Einfach nur mit dem Namen der Klasse, passend zum Begriff Klassenattribut. Diese beiden Beispiele für Klassenattribute hatten wir schon im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen gesehen. Abschnitt zu identifieren Die Klasse Java.lang.mess enthält unter anderem diese beiden mathematischen Konstanten, die Kreiszahl und die Euler'sche Zahl. Und jetzt haben wir alle in Format IONN zusammen. Um zu verstehen, wie solche konstanten Klassenattribute definiert werden, Mit Static als Klassenattribut und mit Final als Konstant wegen Final müssen beiden Attribute dann auch initialisiert werden. Natürlich werden sie in Java.lang.mess mit mehr Nachkommastellen initialisiert sein als auf dieser Folie. Vorgriff Weitere Bestandteile der Klasse Mess sind wie üblich ausgelassen. Auf einige weitere Bestandteile werden wir später in diesem Kapitel im Abschnitt zu Klassenmethoden zu sprechen kommen. Im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen haben wir das Schlüsselwort Import gesehen. Eine Möglichkeit zum Importieren hatten wir dort ausgelassen und tragen sie jetzt nach. Mit dem Schlüsselwort Static hinter Import lassen sich einzelne Klassenattribute importieren. Ohne die ganze Klasse importieren zu müssen mit Objektattributen geht das nicht. Wenn man ein Klassenattribut so wie oben mit Static importiert, dann kann man es auch ohne den Klassennamen ansprechen. Versucht man, denselben Identifier aus verschiedenen Klassen auf diese Weise zu importieren, wird der Compiler die Übersetzung mit einer Fehlermeldung abbrechen, da er die Zweideutigkeit nicht auflösen kann. Also welches der beiden importierten Klassenattribute desselben Identifiers gemeint ist anstellen wie dieser. Zum Abschluss des Themas Klassenattributen noch eine systematische Begriffsbildung. Wir sprechen von Objektattributen und Klassenattributen, aber die mit Final sind konstant und die ohne Final sind variabel. Das schlägt sich in den vier konkretisierenden Begriffen nieder, die Sie in den Kommentaren auf dieser Folie jeweils mit Beispiel sehen. Wenn eine Klasse von einer anderen abgeleitet wird, erbt sie ja auch deren Attribute. Diese sind dann in jedem Objekt der abgeleiteten Klasse zusätzlich vorhanden. So kann man sich das schematisch im Beispiel vorstellen. Aus Platzgründen sind die drei Klassen jeweils in einer Zeile definiert. Was natürlich keine gute Praxis ist, das Objekt von Klasse X hat nur das Attribut I, das Objekt von Klasse Y hat I und D und das Objekt von Klasse Z hat I, D und C. Wir sagen in Zukunft, dass Y von X und Z von Y direkt abgeleitet ist und Z ist von X indirekt abgeleitet. Indirekt abgeleitet heißt also, dass es wie hier eine oder potenziell auch mehrere Zwischenklassen gibt. Wir haben schon hin und wieder Public und Private bei Attributen von Klassen gesehen. Public bedeutet, dass man überall im Java-Quelltext also auch in anderen Klassen beliebig auf das Attribut zugreifen kann. Bei Private hingegen kann außerhalb der Klasse überhaupt nicht zugegriffen werden. Jetzt führen wir eine dritte Variante namens Protected ein. Innerhalb der Klasse X selbst kann auf jedes Attribut zugegriffen werden, egal ob Public, Protected oder Private. Hier sehen Sie, was beim Zugriff aus einer anderen Klasse Y, die mit X nichts zu tun hat, möglich ist und was nicht auf ein Attribut, das Public deklariert ist, kann auch hier zugegriffen werden bei Zugriff auf ein Attribut, das Protected oder Private ist, wird der Compiler hingegen eine Fehlermeldung ausgeben und den Quelltext nicht übersetzen. Anders verhält es sich, wenn die Klasse Y von X abgeleitet ist. Dabei ist es egal, ob Y sowie hier direkt oder stattdessen indirekt, also über weitere Zwischenklassen, von X abgeleitet ist. Der Unterschied ist, dass auf Attribute, die Protected deklariert sind, in einer abgeleiteten Klasse ebenfalls zugegriffen werden kann. Genau das ist der Sinn von Protected zu bemerken ist, dass bei Protected zusätzlich auch alle Klassen im selben Package Zugriff haben. Neben Bemerkung, man muss weder Public noch Private noch Protected hinschreiben, dann haben alle Elemente desselben Packages zugriff. In der Einführung hatten wir den ersten Schritt getan für das Verständnis, warum die Einrichtung einer Variablen und eines Objekts so kompliziert sind, eben weil das zwei verschiedene Entitäten sind, die nur durch den Zuweisungsoperator miteinander verbunden werden, was noch fehlt. Sehen Sie jetzt auf dieser Folie. Wir nehmen an, dass X eine Klasse und Y eine davon abgeleitete Klasse ist. Der Punkt ist offensichtlich, die beiden Klassen müssen im Allgemeinen nicht identisch sein. Daher muss man sie beide hinschreiben, und zwar auch dann, wenn sie, wie in der zweiten Zeile, doch identisch sind. Sie sehen, dass sich das Bild im Speicher überhaupt nicht geändert hat, und ob Variable und Objekt vom selben Typ oder von unterschiedlichen Typen sind, ist auf dieser Betrachtungsebene egal. Das ist der tiefere Grund dafür, warum Objekt und Variable zwei verschiedene Entitäten sind. Denn sonst wäre das nicht möglich, dass sich ein Y hinter einem X verbirgt vorgriff. Später in diesem Kapitel, im Abschnitt zum statischen und dynamischen Typ, werden wir sehen, dass es doch einen Unterschied gibt. Nämlich, dass eine Variable der Klasse X nur Zugriff auf die Attribute und Methoden ermöglicht, die schon in X definiert sind, das heißt, die Attribute und Methoden, die erst in Y erstmals definiert werden, können über eine Variable der Klasse X nicht angesprochen werden. Im konkreten Beispiel kann das Attribut C nicht über die Variable A angesprochen werden. Zum Abschluss des Abschnitts zur Vererbung von Attributen betrachten wir kurz ein Fallbeispiel später in diesem Kapitel. Im Abschnitt zu Epsteraktenklassen, werden wir das Fallbeispiel wieder aufgreifen und erweitern. Worum geht es in diesem Fallbeispiel inhaltlich? Hierarchien von Entitäten gibt es überall in der Welt. Konkret geht es jetzt um zwei Diamondsionale geometrische Formen. Diese Entität werden wir als eine klassische Umshabe 2D umsetzen. Und von der werden wir diverse Unterklassen ableiten für die verschiedenen speziellen Arten von geometrischen Formen, zum Beispiel Kreis, Ellipse oder Rechteck, aber auch Text sind geometrische Formen. Alle Arten von geometrischen Formen haben einige Attribute gemeinsam, zum Beispiel Randfarbe und Füllfarbe bei geometrischen Formen, die nur Linien sind, also kein Inneres haben. Stellt sich die Frage, ob es eine Füllfarbe geben soll. Wir wählen hier den Weg, der auch für viele interaktive Zeichensprogramme gewählt wurde. Auch geometrische Objekte ohne Inneres haben pro Forme eine Füllfarbe, die aber beim Zeichnen keinen Effekt hat. Jedes geometrische Objekt hat einen Transparenzwert irgendwo zwischen 0 und 100%. Die Ellipse ist über das grüne Rechteck drüber gezeichnet, hat aber einen mittleren Transparenzwert, sodass das grüne Rechteck dahinter noch etwas durchscheint. Noch ein Attribut, das allen geometrischen Objekten gemeinsam ist, hier sind beide Objekte um denselben Winkel und denselben Punkt rotiert, sodass das Bild als Ganzes rotiert ist. Die Post-Io in eines geometrischen Objektes wird angegeben durch einen Referenzpunkt dessen X- und Y-Koordinat. Die sind zwei weitere Attribute jedes geometrischen Objektes. In vielen Programmen wird dafür der linke obere Eckpunkt des umfassenden Achsenparallellen Rechtecks genommen. Das machen wir in unserem Fallbeispiel. Auch gezeigt sind das umfassende Rechteck und der Referenzpunkt für die Ellipse. Durch Verschieben des Referenzpunktes lässt sich das ganze Objekt verschieben. Die Logik dahinter ist ganz einfach. Wann immer das Objekt gezeichnet wird, wird es relativ zu seinem Referenzpunkt gezeichnet. Beispielsweise bei diesem Kreis ist der Punkt mit X-Koordinate 300 und Y-Koordinate 100. Der Referenzpunkt der Nullpunkt der Zeichenfläche ist in der Informatik meist links oben wie hier. Noch ein Beispiel, bei Strecken ist der Referenzpunkt je nach Steigungswinkel jeweils der hier eingezeichnete Punkt. Entweder einer der beiden Endpunkte oder eben nicht. Wir kommen nun zu Implementat-Io in der Basisklasse Gaums Hp2 der in Java. Also der Klasse, die zwei Diamonds-Io in alle geometrische Formen generell repräsentiert. Etliche Bestandteile der Klasse werden an diesem Punkt erst einmal ausgelassen und später betrachtet. Teilweise noch in diesem Abschnitt, teilweise erst im Abschnitt zu Absteraktenklassen, aber alles noch in diesem Kapitel. Das Schlüsselwort Abster-Io zeigt von vornherein an, dass diese Definite-Io an der Klasse Gaums Hp2-D-Lücken haben wird. Die erst in den abgeleiteten Klassen für die speziellen Arten von geometrischen Formen sinnvoll gefüllt werden können. An dieser Stelle nehmen wir das erst einmal nur zur Kenntnis und kommen später in diesem Kapitel darauf zurück. Im Abschnitt zu Absteraktenklassen. Wir werden in Kürze sehen, warum die Attribute protected definiert sind. Das sind die beiden Koordinaten des Referenzpunktes als Pixelpunkte, daher vom Typ Internationale. Die weiteren vier Attribute, die wir betrachtet hatten Vorgriff. Die beiden Farbattribute sind von der Klasse Java.AWT.Color.Color, die wir schon im Zusammenhang mit Enum-Typen noch einmal ansprechen werden. Jetzt kommen wir zu den Methoden der Klasse Gaums Hp2-D. Wir betrachten hiernach nicht alle Methoden. Nur die Get- und Set-Methoden und den Const-Derokter. Es ist generelle Convent-Io-N. Jedes Attribut private oder protected zu definieren und eine Get-Methode sowie eine Set-Methode zu diesem Attribut zu definieren. Mit denen der Wert des Attributs gelesen bzw. überschrieben wird gleich, bei der von Gaums Hp2-D abgeleiteten Klasse Circle, werden wir den Sinn dahinter studieren können. Ausnahme. Klassenkonstanten wie etwa Mess.B werden in der Regel public definiert. Es ist ebenfalls Convent-Io-N, die Zugriffsmethoden genauso zu nennen. Get bzw. Set vor dem Namen des Attributs nach allgemeiner Convent-Io-N für Identifier muss dann der erste Buchstabe des Attributnamens groß sein. Da das der erste Buchstabe des zweiten Wortes im Methodennamen ist, der interne Name des privater oder protected definierten Attributs muss nicht wie hier identisch mit dem Attributnamen sein, der im Get-Set-Methoden parkodiert ist. Manchmal macht es Sinn, nach außen einen anderen Namen zu propagieren als intern gleich. Bei der abgeleiteten Klasse Circle, werden wir sehen, dass es nicht einmal immer ein internes Attribut geben muss. Logischerweise hat die Get-Methode als Rückgabetyp den Typ des Attributs. Und die Set-Methode hat einen einzigen Parameter, der ebenfalls vom Typ des Attributs ist. Für ein Attribut einer Klasse ist das Get-Set-Methoden-Paar völlig analog. Wir schauen uns ganz kurz noch den Const-Theroktor an, bevor wir zu den von Gaums Hb2D abgeleiteten Klassen kommen später. Im Abschnitt zu Appsterakten-Klassen, kommen wir noch einmal auf die Klasse Gaums Hb2D zurück. Die ja, wie Sie sich erinnern, Appsterak definiert ist. Beispielhaft sehen Sie hier nur die ersten beiden Attribute. Die anderen Attribute von Gaums Hb2D sind auch hier völlig analog. Jetzt kommen wir zur angekündigten Klasse Circle. Abgeleitet von Gaums Hb2D. Ein Kreis hat einen Radius. Ein Radius macht für allgemeine geometrische Formen keinen Sinn und war daher in Gaums Hb2D noch nicht definiert. Aber in Klasse Circle wird dieses Attribut jetzt benötigt, zusammen mit dem Get-Set-Methoden-Paar. Beim Mittelpunkt eines Kreises sieht es jetzt anders aus. N-Klassiker Ums Hb2D sind ja schon die Koordinaten des Referenzpunktes als Attribute definiert. Referenzpunkt und Mittelpunkt unterscheiden sich in beiden Koordinaten nur um den Radius. Daher braucht der Mittelpunkt nicht in einem Kreis zusätzlich definiert werden, sondern kann einfach bei Bedarf berechnet werden. Wir sehen nur beispielhaft die X-Koordinate des Mittelpunktes. Die Y-Koordinate ist natürlich völlig analog. Dies ist das soeben angekündigte Beispiel dafür, dass nach außen hin durch das Get-Set-Methoden-Paar ein Attribut dargestellt wird, das intern ganz anders organisiert sein kann. Zudem ist dies ein Beispiel dafür, wofür Protected sinnvoll sein kann, wenn man bei der Definite-Ao in einer Basisklasse antizipiert, dass ein Attribut der Basisklasse im privater Bereich der abgeleiteten Klassen nützlich sein könnte. Dann bietet sich Protected an grundsätzlich sollte jedes Attribut, eben mit Klassenkonstanten als Ausnahme, privater oder Protected definiert und der Zugriff durch ein Get-Set-Methoden-Paar moderiert werden. Bei Konstanten natürlich nur Get, nicht Set auch wenn ein Attribut erst einmal ganz normal organisiert ist. Kann es später passieren, dass man seine interne Organisat-Ao in anders gestalten möchte, hat man das Attribut von vornherein durch ein Get-Set-Methoden-Paar eingekapselt. Dann müssen nur die Interna der Klasse modifiziert werden. Alles, was auf dieser Klasse aufbaut und im Extremfall vielleicht Mill-Aonen von Zeilen umfassen kann, bleibt von dieser Modifikat-Ao in unberührt. Um ein Gefühl für die Vielfalt der von Gaums habe 2D abgeleiteten Klassen zu bekommen, Schauen wir kurz in eine zweite Klasse hinein. Zusammen mit dem Referenzpunkt und dem Rotat-Ions-Winkel aus Gaums habe 2D definieren die Breite und die Höhe eindeutig die Form und Platzierung eines Rechtecks. Ein drittes und letztes Beispiel, eine gerade Strecke wird durch die Koordinaten ihrer beiden Endpunkte eindeutig definiert, da der Referenzpunkt schon in Gaums habe 2D gespeichert wird. Bräuchte man eigentlich nicht alle 4 Koordinaten zu Attributen machen, es würde reichen, 2 dieser 4 Zahlen zu speichern und zusätzlich die Bool-SCLG in Format-IoN. Ob der Referenzpunkt einer der beiden Endpunkte ist oder nicht zum Zwecke der Illustrat-IoN entscheiden wir uns anders als bei Circle, wo wir den redundanten Mittelpunkt eingespart hatten. Ganz zu Anfang hatten wir schon angedeutet, dass ein Objekt noch weitere in Format-IoN enthält neben den Attributen, die wir der Klasse explizit geben, das schauen wir uns jetzt an. Vor unseren Augen verborgen, enthält jedes Objekt einer Klasse noch einen Verweis auf ein anonymes Objekt, das in jedem Programm für jede Klasse nur einmal eingerichtet wird. Dieses anonyme Objekt enthält im Prinzip alle in Format-IoN, die notwendig, um eine Klasse, ihre Attribute und ihre Methoden korrekt zu verwenden Vorgriff, im Kapitel zu Polymorphie, Stichwort Reflect-IoN, werden wir sehen, wie man an diese in Format-IoN herankommt und wofür das sinnvoll ist. Hier benötigen wir diese in Format-IoN noch nicht. Was wir hingegen dringend für das weitere Verständnis benötigen, ist die zweite in Format-IoN-Einheit, die Methodentabelle, die schauen wir uns auf den nächsten Folien genauer an. Dazu sehen wir uns wieder zwei Klassen X und Y an. Sodass Y von X abgeleitet ist, was die Methoden genau machen, interessiert hier wieder nicht. Die Methode M1 wird in X implementiert und an Y vererbt. Die Methode M2 hingegen wird in Y überschrieben. Für M2 existieren also zwei Implementate-IoN, eine in X und eine in Y. Die Methode M3 schließlich ist in X noch nicht implementiert, sondern kommt erst in der abgeleiteten Klasse Y hinzu. Damit repräsentieren M1, M2 und M3 im Prinzip alle Möglichkeiten, Vererben von Methoden, Überschreiben von Methoden und zusätzliche Methoden. Als erstes schauen wir uns Klasse X allein an. Die Methoden M1 und M2 sind ganz normal in Klasse X implementiert und können daher wie immer aufgerufen werden. Methode M3 hingegen ist erst in Klasse Y implementiert und existiert daher für X gar nicht. Aufruf von M3 mit A führt zu einer Fehlermeldung des Compilers und zum Abbruch des Übersetzungsvorgangs. Als nächstes schauen wir uns Klasse Y für sich genommen an. Hier sind alle drei Methoden vorhanden, allerdings aus den drei unterschiedlichen Gründen, die wir schon diskutiert hatten. Die Methode M1 ist nur in Klasse X implementiert und daher an Y vererbt. Die Methode M2 ist sowohl in X als auch in Y implementiert. Die Implementate-IoN von Y wird aufgerufen. Die Methode M3 ist nur in Y implementiert. Spannend wird es jetzt, wenn wir X und Y kombinieren. Wir haben ja schon gesehen, dass eine Variable von der Basisklasse auf ein Objekt der abgeleiteten Klasse verweisen darf. Die Methoden M1 hat nur eine Implementate-IoN. Nämlich in Klasse X nur diese kann es sein, die hier aufgerufen wird. Für M2 gibt es zwei Implementate-IoN. Eine in X und eine in Y aufgerufen wird hier. Die in Y die Frage ist, wie das überhaupt funktionieren kann. Denn C ist ja vom Typ X. Es muss also irgendwie zur Laufzeit des Programms die in Format-IoN ausgewertet werden. Dass das Objekt, auf das C verweist, vom Typ Y ist der Compiler muss bei der Übersetzung Code generieren. Durch den das zur Laufzeit möglich ist. Man könnte sicher den Compiler so schreiben, dass er in der hier gezeigten einfachen Sitwort-IoN erschließen kann. Dass C auf ein Objekt von Klasse Y verweist. Aber wie wir auf der nächsten Folie sehen werden, ist das völlig unmöglich, wenn die Situat-IoN nur ein wenig komplizierter ist. Dies ist ein einfaches Beispiel, in dem der Compiler keine Chance hat festzustellen, ob das Objekt, auf das A verweist, von Klasse X oder von Klasse Y ist. Denn diese in Format-IoN steht zur Kompilierzeit noch gar nicht zur Verfügung. Wann immer der Mond abnehmend ist, verweist IUF ein Objekt vom Typ X, sonst auf ein Objekt vom Typ Y. Es muss also irgendeine verborgene in Format-IoN geben, die zur Laufzeit des Programms ausgewertet wird, sodass das Laufzeitsystem weiß, ob die Implementat-IoN der Methode M2 von X oder die Implementat-IoN von Y aufzurufen ist. Hier kommt jetzt die Methodentabelle ins Spiel. Also sieht das Schema bei unserem Beispiel mit Klasse X und Y und den drei Variablen A, B und C aus. Jede der drei Variablen, A, B und C, verweist auf ein separates, mit nur eingerichtetes Objekt. Bei der Einrichtung eines Objektes wird in dem anonymen Zusatzattribut gleich auch ein Verweis auf die in Format-IoN zur Klasse des Objekts gespeichert. Die Methodentabelle hat einen festen, für alle Klassen identischen Offset in den in Format-IoN zur Klasse alle in Format-IoN zur Klasse, die nicht zur Methodentabelle gehören, sind im Bild jeweils durch ein schwarzes Kästchen angedeutet. Nebenbemerkung, wie üblich, sind die technischen Details von dem, was im Hintergrund so passiert, leicht vereinfacht dargestellt, denn es kommt hier nur auf das grundlegende Verständnis an. Diese Kästen sollen die Implementat-IoN aller Methoden der Klassen X und Y schematisch darstellen. Die Methode M1 ist nur einmal implementiert, nämlich für X ebenso ist die Methode M3 nur für Y implementiert. Die Methode M2 hingegen ist einmal für X und noch einmal für Y implementiert, da die Methode M1 von X an Y vererbt ist. Enthalten beide Methodentabellen am Index für Methode M1 einen Verweis auf die Implementat-IoN von M1 in X. Dafür sorgt der Compiler beim Übersetzen der Klasse Y. Die Methode M3 ist erst in Y hinzugekommen. Die Methode M2 ist in X erstmals implementiert und in Y dann überschrieben worden. Die Methodentabelle für X enthält einen Verweis auf die Implementat-IoN von M2 in X. Und die Methodentabelle für Y enthält am selben Index einen Verweis auf die Implementat-IoN von M2 in Y. Der Compiler übersetzt den Aufruf einer Methode in eine ganze Kette von Act-Ionen. Die diese Verweisterektor durchläuft nehmen wir an. Die Methode M2 wird mit der Variablen C aufgerufen. Dann wird zuerst auf die Adresse, die in C steht, zugegriffen, genauer gesagt auf das anonyme Attribut darin, das seinerseits auf die Informat-IoN zur Klasse des Objekts verweist. Dieser zweite Verweis führt zur Klasse den Format-IoN für Y und damit auch zur Methodentabelle. Dort wird auf dem Index der Methode M2 zugegriffen, der ja wie gesagt bei allen Klassen in der Hierarchie derselbe ist und daher von Compiler beim Übersetzen des Methodenaufrufs als konstant eingesetzt werden kann. Schlussendlich wird die Methode, auf die dieser Index verweist, aufgerufen und ausgeführt. Wir hatten schon am Anfang dieses Kapitels kurz den häufigen Fall angesprochen, dass Referenzen und Objekte nicht in 1 zu 1 Korrespondenz zueinander stehen, sondern dass mehrere Referenzen auf dasselbe Objekt verweisen. Wir schauen uns auch hier nur den Fall von zwei Referenzen auf ein Objekt an. Die Verallgemeinerung auf mehr als zwei Referenzen auf ein einzelnes Objekt sollte offensichtlich sein. In der ersten Zeile rechts wird ein Objekt der Klasse X eingerichtet und seiner Anfangsadresse wird der Variablen A zugewiesen. In der zweiten Zeile passiert jetzt eine weitere Zuweisung, nämlich zwischen zwei Variablen der Klasse X, wie das Bild andeutet, wird nicht das Objekt durch die Zuweisung kopiert, sondern nur seine Adresse. Das heißt, beide Variablen A und B enthalten nach Ausführung der zweiten Zeile dieselbe Adresse. Anders gesagt, beide verweisen auf dasselbe Objekt. Hier noch einmal die Ausgangssituat.io an von der letzten Folie. Zwei Variable A und B verweisen auf dasselbe neu eingerichtete Objekt. Wenn der Wert eines der Attribute, hier zum Beispiel D, über eine der beiden Variablen überschrieben wird, dann kommt derselbe Wert heraus, wenn man ihn über die andere Variable abfragt. Das ist auch ganz logisch, denn wenn A und B auf dasselbe Objekt der Klasse X verweisen, dann verweisen auch A.D und B.D auf dieselbe Double-Speicherstelle. Die beiden Variablen, A und B, müssen nicht vom selben Typ sein. Denn es funkt aoniert auch in der hier gezeigten, leicht variierten Constellate A.O. In was wir sehen, ist, auf ein und dasselbe Objekt kann nicht nur über eine Variable der eigenen Klasse wie hier A zugegriffen werden, sondern mittels Zuweisung auch über eine Variable einer Basisklasse. Und so kann man sich das wieder im Speicher vorstellen. Die beiden Variablen A und B sind zwar von unterschiedlichen Klassen, verweisen aber auf dasselbe Objekt. Wenn wie hier das Objekt selbst vom Typ Y ist, aber die darauf verweisende Variable ist vom Typ X, dann ist es ebenfalls möglich, die Adresse des Objekts einer Variablen vom Typ Y zuzuweisen. Allerdings ist das etwas komplizierter zu schreiben. Man muss den Zieltyp wie hier in Klammern vor das A schreibende Grund ist, dass A ja gar nicht unbedingt auf ein Objekt vom Typ Y verweisen muss, sondern beispielsweise auch auf ein Objekt vom Typ X verweisen könnte oder auf ein Objekt einer anderen von X abgeleiteten Klasse. Man könnte den Compiler so schreiben, dass er das in einem derart einfachen Beispiel wie auf dieser Folie selbst prüfen könnte aber schon in etwas komplexeren Situationen hat der Compiler keine Chance zu prüfen, ob das Objekt, auf das A verweist, von einem für B passenden Typ ist und wenn das Objekt hinter Variable A nicht von Y ist, dann würde in der zweiten Zeile das Programm mit einer Fehlmeldung abbrechen, was auch sinnvoll ist, da sonst die Variable B auf ein Objekt von einem völlig falschen Typ verweist. Vorgriff, Kapitel zu Methoden, Abschnitts zu Downcast. Das Bild im Speicher ist natürlich dasselbe wie in den vorangegangenen Szenarien. Die Adresse in der einen Variablen wird einer anderen Variablen zugewiesen, die entweder von derselben oder so wie hier von einer anderen Klasse ist und von welchem Typ zu welchem Typ die Zuweisung stattfindet, ist auf dieser Betrachtungsebene egal. Das Ergebnis ist immer gleich. Zwei Variable verweisen auf ein Objekt. Die Unterscheidung zwischen Referenz und Objekt ergibt auch einen Unterschied zwischen Zuweisen und Kopieren. Wir haben schon mehrfach gesehen, dass der Zuweisungsoperator bei Variablen von Referenztypen nur die Adresse kopiert. Also gerade nicht das Objekt. Diesen Unterschied gibt es bei primitiven Datentypen nicht. Dort sind die beiden Verben zuweisen und kopieren praktisch synonym. Der Zuweisungsoperator kopiert bei primitiven Datentypen den gespeicherten Wert dieses Typs in den Speicheradressen, die mit den Identifiern i und j verknüpft sind. Steht also jetzt derselbe in Wert 123. Der Zuweisungsoperator kopiert also immer den Inhalt einer Variablen. Bei Referenztypen ist das eben die Adresse. Wir hätten aber gerne auch eine Möglichkeit, den Inhalt eines Objektes zu kopieren und eben nicht seine Adresse. Natürlich können wir einfach eine Methode schreiben, die die einzelnen Attribute des einen Objekts in das andere kopiert, aber es geht auch besser. Alle Klassen sind direkt oder indirekt von einer Klasse namens Java.lang.object abgeleitet sind, wenn eine Klasse ohne Extens definiert wird, dann ist sie dennoch von einer anderen Klasse abgeleitet. Nämlich direkt von Object wird eine Klasse X hingegen mit Extens von einer anderen Klasse Y abgeleitet. Dann ist X indirekt über Y und potenziell noch weitere Zwischenklassen von Object abgeleitet anstelle von automatisch sagen wir im folgenden Implizit. Wie in der Informatik üblich und wenn etwas da steht, dann ist das entsprechend explizit. Die Klasse Object hat zum Kopieren von Objekten eine Methode mit dem sicherlich passenden Namen Clon. Methode Clon ist in Klasse Object natürlich so implementiert, dass sie für möglichst viele Klassen genau das Richtige macht. Immer, wenn das der Fall ist, kann man sie einfach erben und bekommt das Kopieren sozusagen geschenkt. Wenn nicht, kann man die Methode Clon natürlich auch überschreiben. Das ist sinnvoller, als eine Methode zum Kopieren mit anderen Namen zu schreiben, weil es einfach allgemeine Convent ION ist. Das Methode Clon für jede Klasse das Richtige tut. Nutzer einer Klasse sollten darauf vertrauen können, dass Methode Clon das Richtige für diese Klasse macht. Egal ob überschrieben oder von Object geerbt. Sie sieht das dann konkret an einem einfachen Beispiel aus. Wir schreiben eine Klasse X und auf die Details dieser Klasse kommt es uns hier nicht an. Insbesondere ist es auch egal, ob X die Methode Clon erbt oder selbst überschreibt. Dieser Aufruf der Methode Clon liefert eine Kopie des Objektes. Auf das Y verweist der Rückgabetyp von Methode Clon ist Object und kann auch beim Überschreiben nicht geändert werden. Siehe das Kapitel zu Methoden. Abschnitt zur Signatur daher wird das Objekt, das eigentlich vom Typ X ist, in jedem Fall durch einen Verweis vom Typ Object zurückgeliefert und muss erst noch mit Downcast zu einem X gemacht werden, wie wir es schon im Abschnitt zu zwei Referenzen auf ein Objekt weiter vorne in diesem Kapitel gesehen haben. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Implementat ION von Clon für Klasse Object wirklich das Richtige sollte man Clon für eigene Klassen unbedingt immer überschreiben. Bei unseren eher einfacher gehaltenen Klassen läuft es letztendlich immer auf das hinaus, was Sie in diesem kleinen Beispiel sehen. Die Kopie muss als Objekt erst einmal ganz normal erzeugt und am Ende als Rückgabe wird der Methode zurückgeliefert werden. Die einzelnen Attribute werden dann jeweils kopiert. Bei Attributen von Klassentypen bietet sich an, die Methode Clon aufzurufen, denn die Zuweisung kopiert ja bekanntlich nicht wirklich das Objekt, sondern nur die Adresse. Auch für Methodenparameter von Klassentypen ist der Unterschied zwischen Zuweisen und Kopieren hochrelevant. Allein für uns relevant an der Klasse C ist die Methode M. Die einen Parameter vom Typ X erwartet. Also eben von einem Klassentyp auch das. Was in der Methode M passiert, ist nur beispielhaft. Hier wird die Methode M der Klasse C nun mit einer Variablen B von Klasse C und einem Parameter Y von Klasse X aufgerufen. Beim Aufruf der Methode M wird der Wert der Variablen Y in den Noelle OK all in M vorhandenen Parameter A kopiert. Der Inhalt ist wieder die Adresse. Das heißt, Y außerhalb von M und A innerhalb von M verweisen auf dasselbe Objekt hätte Y den Wert 0. Dann hätte auch A den Wert 0. Wird dieses Objekt in Methode M verändert. Dann wirkt sich das natürlich nach Aufruf der Methode aus, wenn wir auf Y zugreifen. Noch eine wichtige Variate A O in des Beispiels von der letzten Folie. Wir haben jetzt die Klasse C leicht abgeändert. Und zwar richten wir zuerst ein neues Objekt der Klasse X ein und lassen A von jetzt an. Darauf verweisen die beim Aufruf übergebene Adresse, die von Y kopiert wurde, wird daher in A überschrieben. Nach Ausführung dieser Anweisung verweisen Y und A auf verschiedene Objekte. Daher hat es auf Y jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr. Wenn wir danach das Objekt, auf das A verweist. In Methode M ändern das Objekt, auf das Y verweist. Ist nicht das Objekt, auf das A beim Überschreiben von Attribut I in Methode M verweist. Das führt zu einer kleinen Einschränkung. Wenn wir hier einen Parameter vom Referenztyp haben, dann können wir das dahinterstehende Objekt in der Methode beliebig manipulieren. Wie wir an der Ausgangsfassion dieses Beispiels gesehen haben, aber die Referenz Y selbst lässt sich in der Methode M nicht ändern. Wir können der Variablen A neue Objekte zuweisen. So viel wir wollen, Y verweist weiterhin auf dasselbe Objekt, nämlich auf das, auf das auch A ursprünglich zu Beginn der Methode M verwies Nebenbemerkung. Verschiedene andere Programmeersprachen wie zum Beispiel C++ bieten zusätzliche Sprachkonst der Ruckte, die es erlauben, Y und A enger miteinander zu verknüpfen, sodass die Zuweisung an A innerhalb von M auch für Y außerhalb von M Bestand hat. Aber beim Design von Java hat man sich dagegen entschieden. Auch bei einer Rückgabe gilt die Logik, dass Adressen kopiert werden. Methode M hat nun keinen Parameter mehr, dafür Klasse X als Rückgabetyp. In Methode M wird ein neues Objekt von Klasse X eingerichtet und sein Attribut I überschrieben. Zum Schluss wird das neu eingerichtete Objekt zurückgeliefert. Genauer gesagt, wird wieder seine Adresse zurückgeliefert und mittels Zuweisungsoperator nach Y kopiert. Dass Y auf das Objekt verweist, das in Methode M eingerichtet wurde, findet man über Y natürlich den Wert 1 in Attribut I, wie er in Methode M in das Attribut I hineingeschrieben worden war. Ähnlich wie bei Zuweisen und Kopieren haben wir auch bei Gleichheitstests zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten, Test auf Objektidentität und Test auf Wertgleichheit. An diesem kleinen Beispiel können wir den Unterschied studieren, der ebenfalls bei primitiven Datentypen nicht auftritt. Dieses Codefragment ist 1 zu 1 von der Behandlung der Methode Clone eben übernommen. Das heißt, Y und Z verweisen auf zwei verschiedene Objekte. Die Kopien voneinander sind die beiden Objekte sind nicht identisch, aber wertgleich. Und der Vergleichsoperator testet auf Objektidentität anders gesagt, er vergleicht nur die beiden Adressen in den Variablen Y und Z und liefert tro genau dann zurück, wenn beide Adressen gleich sind. Zum Vergleich hier nochmals der Code von der letzten Folie mit dem Ergebnis-Folz des Vergleichs-Operators. Auch die Methode Equals ist von Klasse Object geabt und kann. Muss aber nicht überschrieben werden, wenn die Methoden Clone und Equals beide das Richtige für Klasse X tun, dann liefert Equals in diesem Fall True zurück. Denn Methode Clone sorgt für Wertgleichheit der beiden Objekte und Methode Equals testet auf Wertgleichheit. Wertgleichheit ist seinem Wesen nach eine symmetrische Relatei O.N. Das heißt, beide farblich unterlegten Aufrufe sollten immer dasselbe Ergebnis liefern. Man muss sich nicht zwingend daran halten, aber das wäre für den Nutzer der Klasse X potenziell überraschend. Und Überraschungen haben in der Softwareentwicklung nichts zu suchen. Die Methode Equals erwartet als Parameter Klasse Object. Da X wie alle Klassen direkt oder indirekt von Object abgeleitet ist, kann der Parameter natürlich wie hier auch ein X sein. Wenn man eine Klasse definiert, kann man der Ableitung der Klasse und dem Überschreiben ihre Methoden auch Grenzen setzen. Das Schlüsselwort Final wird dafür noch einmal eingesetzt. Jetzt aber in einem anderen Kontext und mit vielleicht vergleichbarer, aber noch anderer Bedeutung. Zuerst als final definierte Methoden an einem kleinen Beispiel. Das Schlüsselwort Final wird vor den Rückgabetyp bzw. Vorwort geschrieben. Wenn versucht wird, diese Methode in einer abgeleiteten Klasse zu überschreiben, dann führt das zu einer Fehlermeldung des Compilers nebst Abbruch der Übersetzung. Selbstverständlich lässt sich dieser Schutzmechanismus für M nicht dadurch umgehen, dass man es nicht bei der direkt von X abgeleiteten Klasse Y, sondern erst bei der indirekt von X abgeleiteten Klasse Z versucht. Man kann auch so wie hier eine ganze Klasse als final definieren. Das Schlüsselwort Final muss vor dem Schlüsselwort Class stehen. Dann darf man von vornherein keine andere Klasse davon ableiten. Zum Beispiel die Klasse String ist final, weil man vorher sehen kann, dass der Versuch, von String abzuleiten, in große Probleme führen würde, vor denen man Software-Ware-Entwickler bewahren will. Alles bisher Gesagte gilt allerdings nicht für alle Methoden, sondern nur für eine Art von Methoden, genannt Objektmethoden. Jetzt sehen wir die zweite Art. Klassenmethoden Wir hatten schon zwischen Objekt- und Klassenattributen unterschieden und gesehen, dass letztere durch das Schlüsselwort Static kenntlich gemacht werden. Die Zweiteilung bei Methoden ist ziemlich analog dazu und auch eng mit dieser Zweiteilung bei Attributen verzahnt. Wie wir gleich sehen werden, alle Methoden, die wir bisher selbst implementiert haben, waren Objektmethoden. Auch diese beiden Methoden in diesem kleinen Beispiel sind zunächst einmal Objektmethoden. Eine Klassenmethode erkennt man wie ein Klassenattribut am Schlüsselwort Static. Die zweite Methode ist also nun eine Klassenmethode. Der Unterschied lässt sich schon an diesem einfachen Beispiel gut demonstrieren, was eben bei der Objektmethode noch erlaubt war. Ist jetzt bei der Klassenmethode nicht mehr erlaubt. Appsterakt formuliert ist die Regel ganz einfach. Eine Klassenmethode darf nicht auf das Objekt zugreifen, mit dem sie aufgerufen wurde. Wir schauen uns natürlich jetzt genauer an, was die Appsterakte Regel, dass eine Klassenmethode nicht auf ihr Objekt zugreifen darf. Nun konkret bedeutet, indem wir im Einzelnen durchgehen, was erlaubt ist und was nicht. Zugriff auf ein Objektattribut geht gar nicht. Das haben wir schon im einleitenden Beispiel gesehen. Ebenso geht nicht der Aufruf einer Objektmethode. Also einer Methode ohne Static. Das ist auch ganz logisch, denn diese Objektmethode könnte ja ihrerseits auf Objektattribute zugreifen. So dass die Klassenmethode indirekt über die Objektmethode dann doch auf das Objekt zugreifen würde. Was problemlos geht, ist der Zugriff auf ein Klassenattribut. Also ein mit Static deklariertes Attribut. Denn das ist ja unabhängig von jedem Objekt der Klasse. So wie der Aufruf einer Klassenmethode. Warum diese Einschränkungen für Klassenmethoden? Welchen Sinn soll das Ganze haben? Nun, es macht offensichtlich keinen Sinn, eine Objektmethode nur mit dem Klassennamen aufzurufen, denn eine Objektmethode darf auf das Objekt zugreifen. Aber dafür muss dann natürlich auch ein Objekt vorhanden sein. Daher ist das nicht bei der Objektmethode M1 erlaubt. Der Versuch führt zu einem Fehler beim Übersetzen und zum Abbruch der Übersetzung. Aber da eine Klassenmethode gar nicht erst auf das Objekt zugreifen darf, muss auch kein Objekt das an die Methode darf einfach mit dem Klassennamen aufgerufen werden in perfekter Analogie zu Klassenattributen. Zur Klarstellung, dies hier geht auch an Klassenmethoden. Warum auch nicht? Über A ist ja ein Objekt von Klasse X vorhanden. Es gibt keinen Grund, Zugriffe auf A wie hier gezeigt zu verbieten. Den Sinn von Klassenkonstanten haben wir an den Konstanten P und E in der Klasse Java.lang.mes eingesehen. Auch für den Sinn von Klassenmethoden ist die Klasse Mess ein gutes Beispiel. Eigentlich dient die Klasse Mess nur als Sammlung einerseits für die beiden Konstanten, andererseits für eine Vielzahl mathematischer Methoden, die berechnen aus den Parameterwerten ein Ergebnis und benötigen dafür keine weiteren Daten als die Parameter. Also auch kein Objekt der Klasse Mess. Hier ein paar Beispiele von mathematischen Funktaonen in Klasse Messmethode. Assin ist der Argusinus, die anderen sollten selbsterklärend sein. So sieht etwa ein einfaches Anwendungsbeispiel aus. Es muss kein Objekt der Klasse Mess erzeugt werden, sondern es reicht, den Klassennamen Mess vor den Methoden auf Ruf zu stellen. Beim Thema Klassenattribute hatten wir schon statischen Import gesehen. Das funkt.ioniert auch bei Klassenmethoden. In diesem Beispiel wird nur die Klassenmethoden sind statisch importiert, nicht aber die Klassenkonstante P. Daher kann Sinn ohne Mess angesprochen werden, P aber nicht. Klassen kann man auch innerhalb anderer Klassen definieren. Der Fachbegriff dazu lautet verschachtelte Klassen. Englisch nestet classes Vorgriff. Aus Gründen der Systematik werden verschachtelte Klassen hier behandelt. Im Kapitel zu Referenztypen das Konzept ist in Java eingeführt worden aufgrund von Anforderungen, die erst später, im Kapitel zu Threads und Guis motiviert werden können. Daher wird hier erst einmal nur mit erklärt, was verschachtelte Klassen sind und wie sie funktionieren. Aber noch ohne motivierenden Anwendungsfall. Ein kleines Beispiel zur Erläuterung. Alles, was Sie auf dieser Folie sehen, gehört zur Klasse X. Auch diese definiert I.O. in einer Klasse Y. Gehört also zu X. Eine Klasse wie X kann weiterhin nur entweder mit oder ohne Public definiert werden. Kein Private oder Protected ist möglich. Eine innere Klasse wie Y kann hingegen wie ein Attribut oder eine Methode entweder Public oder Private oder Protected sein. Die Bedeutung ist dieselbe wie bei Attributen und Methoden Erinnerung aus Karel J. Maximal eine Klasse kann in einer Java-Quelldatei Public sein. Und die Datei muss dann den Namen dieser Klasse haben. Mit Endung Java Erinnerung. Public bedeutet, man kann von überall her darauf zugreifen. Mit Private geht das nur von der Klasse selbst aus. Ohne Schlüsselwort von überall im selben Package her und mit Protected von zwei Bereichen aus. Überall im selben Package her und von der abgeleiteten Klasse aus. So wie bei einer beliebigen anderen Klasse. Canon X ein Attribut von Y eingerichtet. Ein Objekt mit nur erzeugt und auf Attribute und Methoden, die Public sind. Kann zugegriffen werden, dass die Klasse Y selbst Private ist? Ist dafür natürlich kein Hinderungsgrund. Denn Y gehört ja zu X, aber außerhalb von X kann auf Y wegen Private nicht zugegriffen werden. Umgekehrt kann in Y auch auf Attribute und Methoden von X zugegriffen werden. Die Private definiert sind. Der hier gezeigte Zugriff auf ein Objektattribut wirft allerdings die Frage auf, von welchem Objekt das N genommen wird. Die Antwort ist einfach. Nur eine Objektmethode von X kann ein Objekt von Y sowie hier im Konstderoktor einrichten. Eine Objektmethode wird immer mit einem Objekt aufgerufen. Dieses Objekt ist dann das, auf dessen Attribut zugegriffen wird. Wenn die innere Klasse Public ist, kann auf sie auch außerhalb von X zugegriffen werden. So kann man die Klasse selbst ansprechen. Der Name der äußeren Klasse plus der Name der inneren Klasse, Durchpunkt getrennt. Die Einrichtung eines Objektes von X.Y sieht jetzt leicht anders aus als gewohnt. New wird so verwendet, als würden New zu X gehören. So kann man sich das dann wieder im Computerspeicher vorstellen. Die beiden Variablen A und B verweisen jeweils auf ein Objekt von Klasse X bzw. X.Y. Und das Objekt von Klasse X.Y hat automatisch einen anonymen Verweis auf das Objekt von Klasse X, mit dem es via A.New eingerichtet wurde. Die Objektmethode M2 wird mit dem neu eingerichteten Objekt von Klasse X aufgerufen und greift auf das Objekt Attribut N von X zu. In einem Objekt von Y ist ein anonymer Verweis auf ein Objekt von X. Durch die Verknüpfung mit A in A.New wird dem Compiler gesagt, dass er den Verweis auf das Objekt von X setzen soll. Auf das A verweist. Darüber wird dann das Attribut N in diesem Objekt von X angesprochen. Wie üblich, werden mit zweimaliger Anwendung von Operator New auch hier wieder zwei verschiedene Objekte erzeugt, aber beide Objekte von Klasse Y werden mit demselben Objekt von Klasse X erzeugt und verweisen daher beide auf dieses Objekt. Daher wird zwar die Methode mit zwei verschiedenen Objekten von Y aufgerufen, aber es wird beide Male dieselbe Speicherstelle mit dem Wert 123 überschrieben, nämlich das Attribut N des Objekts von X, das beide Objekte von Y gemeinsam haben. Wie bei Attributen und Methoden. Sie gibt es auch bei verschachtelten Klassen eine Stetikvariante. Dazu wird das Schlüsselwort Stetik vor das Schlüsselwort Klasse geschrieben. Analog zu Stetik definierten Methoden kann auch eine Stetik definierte innere Klasse nicht auf Objektattribute zugreifen, sondern auf Klassenattribute. Analog zu Stetikattributen und Stetikmethoden reicht auch bei Stetikklassen die Angabe des Klassennamens X. Kein Objekt von X ist nötig. Bis jetzt haben wir immer nur Methoden gesehen, die implementiert waren. Es ist aber auch möglich, Methoden in einer Klasse erst einmal ohne Implementat ION zu definieren und erst in abgeleiteten Klassen auch zu implementieren. Hier ist ein einfaches Beispiel mit drei Klassen, X, Y und Z. So wie hier in Klasse X sieht es aus, wenn Methoden ohne Implementat ION definiert werden. Anstelle der Anweisungen in geschweiften Klammern steht nur ein Semikolon. Bei einer solchen Methode muss man allerdings das Schlüsselwort Apps.ta.resied davor schreiben, um anzugeben, dass die Methode nicht implementiert, sondern eben Apps.ta.resied ist auch der Klasse. Selbst muss das Schlüsselwort Apps.ta.resied vorangestellt werden. Wenn auch nur eine einzige Methode der Klasse Apps.ta.resied ist, lässt man das Apps.ta.resied auch nur an einer der hier farblich markierten Stellen aus, bricht der Compiler die Übersetzung mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab. In dieser von X abgeleiteten Klasse ist die implementierte Methode M1 von X ererbt und eine der beiden Appsterakten Methoden von X wird implementiert. Die Methode M3 ist auch in Klasse Y nicht implementiert. Damit hat auch Y qua Vererbung eine Appsterakte Methode und muss als ganze Klasse ebenfalls als Appsterak deklariert werden. In der Klasse Z werden die implementierten Methoden M1 und M2 von X bzw. Y ererbt. Und M3 wird hier ebenfalls implementiert. Damit hat Z keine unimplementierten Methoden und muss daher auch nicht Apps.ta.resied deklariert werden. In den ersten drei Zeilen wird versucht, Objekte vom Typ X oder Y einzurichten. Das ist aber nicht erlaubt. Da X und Y Apps.terak sind, wäre es erlaubt. Hätten wir es plötzlich mit Objekten zu tun, für die nicht alle Methoden implementiert sind, daher ist es sinnvoll, dass der Compiler die Übersetzung von jeder Zeile dieser Art mit einer Fehlermeldung abbricht. In diesen Deklarationen hingegen wird jeweils versucht, ein Objekt von Klasse Z einzurichten, da die Klasse Z nicht Appsterakt ist. Spricht nichts dagegen, und daher akzeptiert der Compiler diese drei Zeilen klaglos und übersetzt sie. Wie angekündigt greifen wir noch einmal das Fallbeispiel aus dem Abschnitt zur Vererbung von Attributen auf. Eine Basisklasse Gaums Hb2 denebst davon abgeleiteten Klassen wie etwa Circle, Rectangle und Straight Line. Wir haben in der Zwischenzeit gesehen, was es bedeutet, dass eine Klasse wie etwa Gaums Hb2 der Appsterakt ist. Mindestens eine Methode ist Appsterakt. Diese Methode namens Paint hatten wir bisher ausgelassen. Die Methode Paint hat einen einzigen Parameter, und der ist von Klasse Java.AWT.Graphics. Ein Objekt der Klasse Graphics repräsentiert eine Zeichenfläche und moderiert das Zeichnen auf dieser Zeichenfläche. Wir werden das Zeichnen gleich an den Implementat-Ionen von Paint in den von Gaums Hb2 d-abgeleiteten Klassen sehen. Wir zeichnen ein primitives, nur illustrativ gemeintes Bild bestehend aus einem Kreis, einem Rechteck und einer Strecke. Wir haben den Konstdirektor von Klasse Circle ausgelassen. Der muss natürlich den Konstdirektor der Basisklasse Gaums Hb2 d aufrufen. Offenbar ruft der Konstdirektor von Circle den Konstdirektor von Gaums Hb2 d mit irgendwelchen festen Werten auf, sodass der Konstdirektor von Circle keine Parameter für Referenzpunkt, Transparenzwert und so weiter hat. Diese Attribute müssen dann mit den von Gaums Hb2 d an Circle vererbten Set-Methoden für den Referenzpunkt sowie mit der in Circle neu definierten Set-Methoden für den Radius so gesetzt werden, wie der Kreis eigentlich gedacht ist, analog ein Rechteck und eine Strecke. Aus solchen Objekten setzen wir ein Bild zusammen. Einfach indem wir ein Array der Basisklasse einrichten und die einzelnen Komponenten des Arrays mit den grafischen Objekten initialisiert, die zusammen das Bild ergeben. Die vierte Zeile deutet die Initialisierungen auf den letzten drei Folien an. Die müssen wir uns hier natürlich nicht noch einmal im Detail anschauen. Die Vorschleife unten ist der vollständige Code. Um ein solches Bild mit diesen drei geometrischen Objekten auf die Zeichenfläche zu zeichnen, die mit dem Graphics-Objekt verbunden ist, auf das G verweist. Die Klasse Java.AWT.Color.Color hat für ein paar Standardfarben schon konstanten vordefiniert, damit man für die reinen Farben nicht immer die RGB-Farbcodes angeben muss. Und jetzt rufen wir Methode PIN für jedes der drei geometrischen Objekte auf diese Methode via Appsteract in Gaums HPE 2D. Wir müssen sie daher in jeder der drei Klassen, Circle, Rektangle und Straight Line, implementieren. Die rot-gelben Formen sind das Ergebnis auf der Zeichenfläche, die mit dem Parameter G von Classic Graphics verbunden ist. Das Koordinatensystem ist noch hier auf der Folie dazu gezeichnet. Um die Koordinatensetzungen bei der Einrichtung der drei Objekte nachvollziehen zu können, wir sehen, dass die Füllfarbe bei einem 1-Diamonds-Ionalen Objekt keinen Effekt hat. Kommen wir als erstes zu Implementat.io an von PIN für die Klasse Circle. Die Klasse Graphics bietet alles, was man braucht, um einen Kreis zu zeichnen, wie das dann technisch auf die Zeichenfläche kommt, die hinter dem Parameter G steht, braucht uns nicht zu interessieren. Und das können wir auch nicht sehen. Der Einfachheit halber ignorieren wir hier und im Folgenden den Rotat.io-Zwinkel und den Transparenzwert-Vorgriff. Im Kapitel zu Threads und Goose sehen wir mehr zu Classic Graphics. Wir füllen zuerst das Innere mit der Füllfarbe. Erst danach zeichnen wir erst den Rand mit der Randfarbe. Damit die Füllfarbe nicht den Rand teilweise oder ganz überdeckt mit Methode SetColor von Graphics wird die Farbe intern in G für die nächsten Zeichen-Operat-Ionen gesetzt. In unserem Fallbeispiel wird G bis zum nächsten SetColor die Farbe gelb verwenden. Die Klasse Graphics hat zwar keine eigene Methode, um Kreise zu zeichnen, aber für Ellipsen. Und jeder Kreis ist ja auch eine Ellipse, das Füll im Namen Füll-Oval besagt, dass die Fläche der Ellipse mit der momentanen Farbe, also mit Gelb voll ausgefüllt wird. Die Methode Füll-Oval bekommt als erstes die zehnte und die y-Koordinate des Punktes, den auch wir in Gaums habe 2D als Referenzpunkt verwenden. Die linke obere Ecke des umschließenden Achsen parallelen Rechtecks. Eine Ellipse hat zwei Radien, den großen und den kleinen bei einem Kreis sind beide Radien gleich. Die Methode Füll-Oval bekommt aber nicht die Radien, sondern die Durchmesser, also beide Male Multiplicate Aon mit 2. Als nächstes zeichnen wir den Rand des Objektes. Und dafür setzen wir die innere Farbe von G auf die Randfarbe, in unserem Fallbeispiel also auf Rot. Der Methodenaufruf ist praktisch derselbe, nur dass die Methode nicht Füll-Oval, sondern Draw-Oval heißt, weil sie nicht das Innere des Objektes füllt, sondern nur seinen Rand zeichnet. Die Paint-Methode von Rectangle ist sehr ähnlich zu der von Circle. Die dazu passenden Methoden von Classic Graphics heißen Füll-Rect bzw. Draw-Rect. Anstelle der beiden Durchmesser erwarten die beiden Methoden die Breite und die Höhe als dritten und vierten Parameter. Die Paint-Methode von Straight-Line ist extrem einfach. Randfarbe setzen und die passende Methode von Classic Graphics Aufrufe, fertig. Neben Epsterakten-Klassen gibt es auch Interfaces. Beide Konzepte haben vieles gemeinsam. Aber auch einige Unterschiede, dass 2D-Art ähnliche Konsterokte, Epsterakte-Klassen und Interfaces, in Java parallel nebeneinander existieren. Hat einige gute, sachliche Gründe, ist aber auch teilweise aus der Entwicklungsgeschichte von Java zu erklären. Ursprünglich waren die Unterschiede zwischen beiden Konsterokten nämlich deutlich größer. Epsterakte-Klassen haben sich dabei nicht allzu sehr geändert. Interfaces hingegen haben im Laufe der Jahre immer weitere Funktionalität erhalten, die auch Epsterakte-Klassen haben. Hier sehen wir ein Interface und eine dieses Interface-implementierende Klasse. Zur Erinnerung an Karel G. Interface-Packmann-Strategie nebst implementierenden Klassen Packmann-Strategie 1 und Packmann-Strategie 2. Anstelle des Schlüsselwortes Clash steht das Schlüsselwort Interface. In diesem Interface ist keine einzige Methode implementiert und alle Methoden in einem Interface sind automatisch Public. Daher kann man das Public bei den Methoden in einem Interface auch weglassen. Statt Extents steht hier das Schlüsselwort Implements. Wenn eine Klasse ein Interface implementiert. Die im Interface definierten Methoden können dann in der implementierenden Klasse auch implementiert werden. In diesem Beispiel sind alle drei Klassen des Interfaces in der Klasse implementiert. Das Verhältnis zwischen einem Interface und einer des Interface-implementierenden Klasse ist im Grunde völlig analog zum Verhältnis zwischen Basisklasse und abgeleitetem. Die Methoden, die im Interface definiert sind, müssen in einer implementierenden Klasse nicht alle implementiert werden. In diesem Beispiel ist die Methode M2 nicht in Klasse X implementiert. Insgesamt stellen wir fest, dass ein Interface bislang eigentlich gar nichts anderes ist als eine Klasse, in der alle Methoden Appsterakt sind. Wurde dann Interfaces zusätzlich zu Appsterakten Klassen? Der Unterschied ist, dass jede Klasse nur von maximal einer anderen Klasse abgeleitet sein, aber beliebig viele Interfaces implementieren kann. Diese Klasse X rechts implementiert beide Interfaces. Die links definiert sind die Interfaces, die eine Klasse implementiert, folgen alle auf der Schlüsselwort-Implements, durch Kommas voneinander getrennt. Wenn Klasse X nicht Appsterakt sein soll, dann müssen natürlich die Methoden aus beiden Interfaces in X implementiert werden, so wie hier die Methode M2 aus dem ersten und die Methode M3 aus dem zweiten Interface. Die selbe Methode kann auch in beiden Interfaces vorkommen und wird dann von einer einzigen Methode in der implementierenden Klasse X implementiert, aber dann müssen die beiden Definitionen der Methode in beiden Interfaces in allen Details exakt übereinstimmen. Sonst wird der Compiler mit einer Fehlermeldung abbrechen. Natürlich kann eine Klasse so wie hier von einer anderen Klasse erben und zugleich beliebig viele Interfaces implementieren. Aufgrund der sehr problematischen Erfahrungen mit anderen Programmiersprachen wie C++ haben die Entwickler von Java sich von vornherein gegen Mehrfachvererbung entschieden, also gegen die Möglichkeit, eine Klasse von mehreren anderen zugleich abzuleiten. Aber man hat sich dann dafür entschieden, einen unproblematischen Fall, für den man sehr häufig Mehrfachvererbung haben möchte, doch in Form von Interfaces zu realisieren, solange die Basisklasse bzw. in Java das Interface keine Methoden implementat Ionen enthält, tauchen die Probleme nicht auf, deretwegen man sich bei der Entwicklung von Java gegen Mehrfachvererbung entschieden hat. Mehr zu dieser Problematik lernen Sie in Vorlesungen zu Compilerbau kennen. Ein Interface kann ein anderes Interface erweitern, sowie auf der linken Seite dieser Folie des Interface INS2 hat zwei Methoden. M1 und M2 eine Klasse, die INS2 implementiert und nicht absterakt sein soll. Muss daher diese beiden Methoden implementieren nicht gezeigt auf dieser Folie. Ein Interface kann völlig analog auch mehrere andere Interfaces zugleich erweitern. Die Namen dieser Interfaces werden hinter Extents aufgezählt, wieder durch Kommas voneinander getrennt. Auch mit Extents auf Interfaces ist Mehrfachvererbung möglich. Das heißt, ein Interface kann mehrere Interfaces erweitern. Im Laufe der Zeit wurden Interfaces aus verschiedenen pragmatischen Gründen weiterentwickelt, sodass sie inzwischen noch etliche andere Bestandteile enthalten können. Die ursprünglich nicht so gedacht waren, die Grenzen zwischen Interfaces und Appsteraktenklassen sind dadurch ziemlich verwischt. Wir arbeiten die verbliebenen Unterschiede gleich noch auf. Das ist die Art von Bestandteilen von Interfaces, die wir bisher gesehen und diskutiert haben. Methoden werden nur definiert, nicht implementiert sie können. Müssen aber nicht explizit public deklariert sein. Sind sie es nicht, dann sind sie trotzdem implizit public. Wie wir gesehen haben, werden Klassenmethoden sowieso nicht vererbt. Sodass es bei Klassenmethoden von vornherein nicht zu den Problemen mit Mehrfachvererbung wie bei anderen Programmiersprachen kommen kann. Daher gibt es keinen Grund, Klassenmethoden inklusive Implementat ION für Interfaces zu verbieten. Auch Attribute sind in engen Grenzen in Interfaces möglich. Klassenkonstanten ja, aber sonst keine Art von Attribut. Auch wenn man public bzw. final weglässt, wird jedes Attribut implizit public und final. Schlussendlich hat man auch noch akzeptiert, dass implementierte Objektmethoden aus pragmatischen Gründen wünschenswert sind. Diese nennt man Defaultmethoden. Und sie werden auch mit dem neuen Schlüsselwort Default eingeleitet. Ein kleines Beispiel zu Illustera ION. Auch wenn wir hier weder public noch static noch final dabei steht, jedes Attribut ist implizit public, static und final. Also eine öffentliche Klassenkonstante. Die Art von Methoden, die wir bisher gesehen haben. Nicht implementierte Objektmethoden, ebenfalls implizit public. Auch Klassenmethoden sind implizit public. Das ist nun ein Beispiel für Defaultmethoden. Das sind ganz normale Objektmethoden, die auch ganz normal implementiert werden. Aber ein Interfaces muss das Schlüsselwort Default verabstehen. Public ist wieder implizit. Wie ist es nun sichergestellt, dass Defaultmethoden kein Problem bei Mehrfachvererbung verursachen. Probleme bei Mehrfachvererbung gibt es insbesondere dann, wenn dieselbe Methode mit zwei unterschiedlichen Implementar IONen an dieselbe Klasse verabt werden. Das wäre bei Defaultmethoden von Interfaces prinzipiell möglich. Man hat aber bei der Einführung von Defaultmethoden in Java entschieden, dass der Compiler in dem Fall, dass eine Klasse 2 Implementar IONen derselben Methode abt, eine Fehlermeldung gibt und die Übersetzung verweigert. Es fehlt noch der angekündigte Diskurs ION, was jetzt noch Interfaces und Appstheraktenklassen voneinander unterscheidet. Mehrfachvererbung war von Anfang an die Motivat ION, Interfaces einzuführen. Und das ist bis heute der eine Punkt, den Interfaces Klassen voraushaben. Interfaces können andere Interfaces erweitern. Von Klassen abgeleitet werden können sie nicht. Wie wir gesehen haben, ist in Interfaces alles implizit public. Das ist bei Appstheraktenklassen nicht der Fall. Lambda-Ausdrücke kennen Sie aus Racket. Das mag vielleicht überraschen. Lambda-Ausdrücken in Java im Zusammenhang mit Interfaces wieder zu begegnen, aber wir werden gleich sehen, dass Lambda-Ausdrücke in Java in das Konzept Interface eingebettet sind und dass das eigentlich auch ganz logisch ist. Dieser Abschnitt dürfte auch noch einmal einen neuen Blick auf Lambda-Ausdrücke in Racket werfen. Man kann es so formulieren. Das Konzept Lambda-Ausdrücke ist zwar ein typisch funktionales Programme-Konzept, wird in Java aber in einem typisch objektorientierten Konzept eingebettet. Nämlich Interfaces-Lambda-Ausdrücke sind der Grund dafür, dass man sich mit funktionale Interfaces überhaupt gesondert gegenüber anderen Interfaces. Beschäftigt sie Zusammenfassung funktionen als Daten. Ein einführendes Beispiel, dieses Interface ist in der Java-Standard-Bibel-IoTek. Genauer im Package java.util.funktion wie man sieht, hat das Interface eine Methode uply to double, die einen Rent-Parameter und Rückgabe-Typ double hat. Ein funktionale Interface ist ein Interface, bei dem alle Methoden bis auf eine Default oder stetig sind. Diese eine Methode heißt dann die funktionale Methode dieses funktionale Interface-Vorgriff. Es mag verwundern, dass die Java-Standard-Bibel-IoTek so kleine Elemente zur Verfügung stellt, die man auch schnell selbst hätte schreiben können gleich. Beim Beispiel in Predicate, werden wir einen ersten Sinn solcher einfachen kleinen funktionen sehen. In Kapitel zu Streams und Files dann mehr dazu. Diese selbst gebastelte Klasse namens Mold implementiert das Interface into double funktion. Daher wird die Methode apply-is-double aus into double funktion implementiert. Diese Implementar-IoN von apply-is-double greift auf ein Objektattribut x zu. Im Const-Director der Klasse Mold wird der Wert von x initialisiert. Dies ist die zweite Form, wie Objektkonstanten initialisiert werden können. So wie ganz am Anfang dieses Kapitels in der Einführung angekündigt, wenn eine Objektkonstante nicht direkt in ihrer Definite-IoN initialisiert wird, muss ihr in jedem Const-Director der Klasse genau einmal ein Wert zugewiesen werden. Und dieser Wert ist danach unveränderlich Vorgriff. Im Kapitel zu Methoden, Abschnitt zu Const-Directoren und Static Initializer werden wir dieses Thema systematischer behandeln und dann auch eine analoge Initialisierungsmöglichkeit für Clusten-Konstanten kennenlernen, genannt Static Initializer. Auf dieser Folie kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Abschnitts. Lambda-Ausdrücke in Java Oben ist noch einmal ein Code-Stück ohne Lambda-Ausdruck zu sehen. Wir richten eine Variable des Interface-Into-Double-Funk-IoN an und weisen ihr die Adresse eines neu eingerichteten Objekts vom Typ Mold zu der Aufruf von Apply is Double liefert das Produkt aus 10 und 11 zurück. Das ist jetzt neu zu sehen, in der einfachsten Form. Lambda-Ausdrücke in Java aus, offenbar ziemlich ähnlich zu Lambda-Ausdrücken in Rigid. Nur dass hier noch ein Pfeil vorkommt, gebildet aus einem Minuszeichen und einem Größezeichen dafür fehlen ein paar Klammern, die in Rigid gesetzt werden müssten. Zuerst kommen die Namen der Parameter, in diesem Fall nur einer, und den nennen wir x, dann kommt der Pfeil, und danach der Wert, der durch diesen Lambda-Ausdruck zurückgeliefert werden soll, also Wert des Parameters x mal 10. Offenbar kann man einen solchen Lambda-Ausdruck einer Variablen vom Typ Into-Double-Funk-IoN zuweisen. Der Compiler übersetzt diese Zeile sinngemäß wie folgt. Er richtet eine namenlose, für uns nicht sichtbare Klasse ein, die das Interface insta-Double-Funk-IoN implementiert und mehr oder weniger exakt so aussieht wie die Klasse MULT, die wir selbst eingerichtet haben. Aus dem Lambda-Ausdruck wird die Methode apply-as-Double zugleich wird ein Objekt dieser namenlosen Klasse eingerichtet. Und FZT2 verweist auf dieses Objekt wegen der 10 im Lambda-Ausdruck richtet der Compiler ein Objekt-Attribut vom Typ Int in der namenlosen Klasse ein und setzt dieses Attribut im erzeugten Objekt auf den Wert 10, der die Methode apply-as-Double implementiert. Der Compiler für die namenlose Klasse so, dass der Wert dieses Objekt-Attributs bei der Abarbeitung als zweiter Faktor der Multiplicate-IoN verwendet wird. Da insta-Double-Funk-IoN ein Funk-IoNal-Interface ist, gibt es keine Zweideutigkeit. Mit dem Lambda-Ausdruck kann nur die Methode apply-as-Double gemeint sein. So wie in Rigit, sind Lambda-Ausdrücke als Rückgabewerte auch in Java möglich. Hier sehen wir, dass auch Closure in Java angeboten wird. Und zwar genau über den Mechanismus, den wir auf den letzten Folien gesehen haben. Das Y initialisiert ein Objekt-Attribut der namenlosen, vom Compiler eingerichteter Klasse, deren Funk-IoNale Methode durch den Lambda-Ausdruck definiert ist. Im Prinzip wird Closure in Rigit intern genauso realisiert. Nur da hat man nicht die Einwertung in ein Konzept wie Interfaces, in dessen Rahmen die Mechanismen leicht erklärbar sind. Wichtig zu beachten ist aber eine Einschränkung, die aus pragmatischen Gründen bei der Entwicklung von Lambda-Ausdrücken in Java getroffen wurde. Theoretisch könnte dem Parameter Y innerhalb von Markheft ein neuer Wert zugewiesen werden. Zum Beispiel in der Form Y gleich 12 oder Y++. Bloß wenn das irgendwo in Markheft passiert, geht der Lambda-Ausdruck mit Y nicht durch den Compiler. Closures dürfen nur Werte von Variablen enthalten, die nicht geändert werden. Der Fachbegriff lautet eine Variable oder wie hier ein Parameter Minus, die dann nach der Initialisierung nie ihren Wert ändert, ist Effekte wie final. Der Vollständigkeit halber sehen wir auch einen Lambda-Ausdruck als Parameterwert. Noch ein zweites Beispiel aus java.util.function. Die functionale Methode von inPredigate ist die Methode Test. Sie bekommt ein int und liefert ein boolean zurück. Ist also ein Prädikat auf dem Datentyp int. Daher der Name der Klasse, inPredigate. Dieses Interface enthält drei Default-Methoden. Wir werden sie gleich in Action erleben. Aber zuerst schauen wir uns das eigentliche Thema. Die functionale Methode Test und Lambda-Ausdrücke kurz an. Die Klasse IZOT implementiert in Predigate. Und wie der Name IZOT suggeriert, liefert die functionale Methode Test genau für die ungeraden ganzen Zahlen-True zurück. Also genau dann, wenn der Rest bei Divis ION durch 2 gleich 1 ist. Unten sehen Sie wieder den Vergleich. Entweder ein explizit eingerichtetes Objekt von Klasse IZOT oder ein Lambda-Ausdruck. Der vom Compiler in ein Objekt genau einer solchen, aber namenlosen und für uns nicht sichtbaren Klasse umgewandelt wird. Wie angekündigt, kommen wir kurz auf die drei Default-Methoden des Interface in Predigates zu sprechen. Hier haben wir drei verschiedene Variablen von Interface in Predigate. Initialisiert mit drei verschiedenen Lambda-Ausdrücken der Compiler macht daraus drei verschiedene namenlose Klassen und je ein Objekt jeder dieser drei Klassen. Die drei hier eingerichteten Variablen des Interface in Predigate verweisen auf diese drei Objekte. Die Default-Methode Negate liefert ein Ent-Predigate zurück, das bei genau denjenigen ganzen Zahlen-True zurückliefert, bei denen das Prädikat mit dem Negate hier aufgerufen wird. Faults zurückliefert konkret liefert also pred4 genau den True zurück, wenn die Zahl gerade ist. Die Default-Methode Ent-Liefert ein Prädikat zurück, das genau bei denjenigen ganzen Zahlen-True zurückliefert, bei denen sowohl das Prädikat mit dem Ent aufgerufen wird, als auch der Parameter der Methode Ent jeweils True zurückliefern. Konkret liefert pred5 also genau bei den ganzen Zahlen-True zurück, die erstens positiv sind und deren Quadrat zweitens kleine 100 ist, also, bei den Zahlen 1 bis 9. Die Default-Methode O ist analog zur Default-Methode Ent. Nur das Verundung durch inklusive Verordung ersetzt ist das Prädikat pred6 liefert also genau für diejenigen Zahlen-True zurück, die entweder gerade, pred4, oder im Bereich 1 bis 9, pred5, sind oder beides dieses kleine Beispiel. Ein Beispiel sollte einen ersten überzeugenden Einblick geliefert haben, wofür diese drei Methoden von inPredicate und allgemein Default-Methoden so alles gut sein können und es sollte auch gezeigt haben, wozu so kleine, einfache Komponenten wie insta-double-funct-aon und inPredicate gut sind, als Bausteine, die man zu größeren, komplexeren Komponenten zusammensetzen kann. Die sechs Prädikate von der letzten Folie kann man natürlich auch als Array mit sechs Komponenten ausdrücken. Der Komponententyp ist dann das Interface. Ein kleines schematisches, aber nicht unrealistisches Anwendungsbeispiel. Diese Methode soll eine bestimmte Auswahl der Komponenten des Arrays in aufsteigender Reihenfolge der NDCs auf dem Bildschirm ausgeben, und zwar genau die Komponenten, für die das Prädikat tru ergibt. Hier wird die funktionale Methode aufgerufen. Der entscheidende Punkt ist, für Präd kann jedes beliebige Prädikat verwendet werden. Beispielsweise eines der Prädikate Präd 1 bis Präd 6 von der vorletzten Folie. Die hier gezeigte Methode ist also unabhängig von dem konkreten Prädikat und muss daher nur einmal implementiert werden, um für jedes denkbare Prädikat sofort zur Verfügung zu stehen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und absterahieren von der konkreten Act ION, also vom Ausgeben auf dem Bildschirm. In package.java.util.funk.ion gibt es auch ein Interface-Ort-Konsumer mit einer Methode EXCEPT, die einen Parameter vom Typ int hat und mit diesem Wert irgendetwas macht, aber die Methode EXCEPT liefert nichts zurück. Hierhin lagern wir die eigentliche Act ION, das Ausgeben auf dem Bildschirm, aus. Beim Prädikat bleibt alles so wie bisher, aber die ausgelagerte Act ION kommt jetzt wieder als Parameter hinein. Anstelle der eigentlichen Act ION wird jetzt die funktionale Methode ausgeführt. Wir haben Lambda-Ausdrücke bisher noch nicht in voller Allgemeinheit gesehen, das holen wir zum Abschluss dieses Abschnitts jetzt nach. Diesen Lambda-Ausdruck hatten wir schon bei inPredikat gesehen, das ist aber eigentlich nur eine Kurzform, die nur in bestimmten Fällen möglich ist. Das ist die Langform, der Parameter N ist in Klammern gesetzt. Und anstelle des zurückzuliefernden Ausdrucks steht die ganze Return-Anweisung inklusive Semikolon in geschweiften Klammern, da der Datentyp des Parameters kann, muss aber nicht angegeben sein, denn der Compiler weiß ja, welche Parameter die funktionale Methode hat, auf die der Lambda-Ausdruck passen muss. Mit dieser allgemeineren Schreibweise ist es dann problemlos möglich, Methoden als Lambda-Ausdrücke zu schreiben, die mehrere Anweisungen enthalten und auch gar nicht unbedingt etwas zurückliefern müssen. Bei mehr als einem Parameter oder bei einer leeren Parameterliste müssen die Klammern unbedingt sein. Nur bei genau einem Parameter wie im obersten Lambda-Ausdruck auf dieser Folie dürfen die Klammern fehlen. Mehrere Parameter werden durch Kommas voneinander getrennt. Wie gesagt, dürfen die Typen der Parameter auch weggelassen werden. In Java gibt es noch eine weitere Kurzform speziell für solche Lambda-Ausdrücke, die aus einem einzelnen Methodenaufruf und sonst nichts bestehender Fachbegriff, unter dem Sie dies finden, lautet Messetreference. Auch diese beiden funktionale Interfaces finden sich in package.java.util.funktion. Analog zum schon gesehenen Interface-Ort-Konsumer heißt die funktionale Methode von DoubleConsumer wie der Exit, hat einen einzelnen Parameter diesmal vom primitiven Datentyp Double, und der Rückgabetyp ist wie der Volt. Dieser Lambda-Ausdruck passt also, wobei der Compiler automatisch eruiert, das X vom primitiven Typ Double ist. Der Methodenrumpf besteht aus dem Aufruf einer Objektmethode. Das Objekt ist das Public-Attribut. Out von System. Das Out selbst eine Klassenvariable von System ist, ist hier unerheblich. Das ist die angekündigte Kurzform im Fall einer Objektmethode. Das Objekt, beziehungsweise die Referenz darauf, wird mit dem Methodennamen durch einen doppelten Doppelpunkt verbunden. Der Compiler kann daraus, dass ein DoubleConsumer herauskommen soll, schließen, dass diejenige FES-IO in der Methode Print einzusetzen ist, die einen einzelnen Parameter vom primitiven Datentyp Double hat. Dasselbe jetzt mit Klassenmethoden. Die funktionale Methode von DoubleBinaryOperator heißt ApplyIsDouble, hat zwei Parameter vom primitiven Datentyp Double und liefert auch ein Double zurück. Zum Beispiel durch Aufruf dieser Klassenmethode, die das Maximum von X und Y zurückliefert. In perfekter Korrespondenz zur allgemeinen Handhabung von Objekt- und Klassenmethoden kann auch hier der Name der Klasse stehen. Auch Operator New kommt hier als Methode in dieses Konzept hinein. Operator New von einer Klasse ist eine Methode, deren Rückgabetyp diese Klasse ist. Die Parameter sind die des Konstereokters. Welche Konstereokter aufgerufen wird, hängt vom Kontext ab. Das sehen wir uns gleich an. Aber vorher kurz Operator New bei Arrays. Dies ist eine Methode mit einem einzelnen Parameter vom Typ Int. Die Länge des zu erzeugenden Arrays Rückgabetyp dieser Methode ist Array von String. Und zurückgeliefert wird das erzeugte Array. Zurück also zur Operator New für Klassenlinks sehen Sie eine Klasse mit mehreren Konstereoktoren. Rechts sehen Sie drei Funk-Dionale-Interfaces. Deren Funk-Dionale-Methode jeweils X zurückliefert und dieselbe Parameterliste hat wie einer der drei Konstereoktoren. Der Konstereoktor ohne Parameter wird vom Compiler in einem Kontext eingesetzt. In dem eine Funk-Dionale-Methode ohne Parameter erwartet wird. Dasselbe für den zweiten Konstereoktor. Und natürlich auch für den dritten Konstereoktor. Selbstverständlich funkt Aon jetzt diese automatische Auswahl nicht nur bei Konstereoktoren und Operator New, sondern genauso auch bei normalen überladenen Methoden. Der Kontext bestimmt, welche Fass-Ion einer Methode hergenommen wird, gibt es keine passende Fass-Ion. Dann gibt der Compiler eine Fehlermeldung aus. Damit beenden wir den Abschnitt zu Funk-Dionale-Interfaces und Lambda ausdrücken. Schauen wir uns ein immer noch schematisches, aber noch schon reales Beispiel an. Dieses Interfaces ist eng angelehnt an einige Interfaces im Package.java.util.funk-dion. Die analogen Namen tragen und jeweils eine analoge Funk-Dionale-Methode haben. Diese Interfaces repräsentieren Funk-Dionen, die einen Wert des ersten Typs im Namen auf einen Wert des zweiten Typs im Namen abbilden. Per Convent-Ion wird der Name der Funk-Dionalen-Methode immer gleich gebildet. Apply-S gefolgt vom Namen des zweiten Typs dieses Interfaces repräsentiert also Funk-Dionen, die Strings auf Strings abbilden. Entsprechend gibt es im Package.java.util.funk-dion auch Interfaces, die einen Wert ohne Eingabe quasi aus dem Nichts berechnen. Der Name eines solchen Interfaces ist per Convent-Ion immer der Typ des Wertes plus das Wort Supplier. Und die Funk-Dionale-Methode heißt immer get. Natürlich wird der Rückgabewert von get in der Regel nicht wirklich aus dem Nichts, sondern aus Daten heraus berechnet, die nicht als Parameter von get gegeben werden, sondern anders ins Spiel kommen, zum Beispiel als private Attribute der implementierenden Klasse, die im Const-Diroktor initialisiert werden. Daran ist dieses Interface angelehnt, dessen Funk-Dionale-Methode einen String zurückliefert. Analog zum rein schematischen Beispiel auf der letzten Folie können passende Const-Diroktoren mit dieser Schreibweise als Lambda-Ausdrücke verwendet werden. Für die farblich unterlegte Zeile erzeugt der Compiler eine anonyme Klasse, die das Interface-String der String-Funk-Dion implementiert, und deren Funk-Dionale-Methode nichts anderes tut, als den passenden Const-Diroktor von Klasse-String aufzurufen. Tatsächlich hat Klasse-String einen Const-Diroktor mit einem einzelnen Parameter von Klasse-String. Dieser richtet eine Kopie des übergebenen Strings ein. Hier passt hingegen ein anderer Const-Diroktor der Klasse-String, nämlich der ohne Parameter. Dieser richtet ein String-Objekt der Länge 0 ein, also eine leere Zeichensequenz. Natürlich müssen die aufgerufenen Methoden nicht immer Const-Diroktoren der Klasse-String sein. Jede Methode, die auf die Funk-Dionale-Methode des jeweiligen Interface passt, kann verwendet werden. Um Strings zu erzeugen dadurch ergibt sich praktisch beliebige Freiheit. Wie man Strings erzeugen kann in den farblich unterlegten Zeilen wird dies beispielhaft demonstriert. Wir lassen die Implementierung der beiden Funk-Dionalen-Methoden als einfache Übung aus. Im ersten farblich unterlegten Beispiel wird der Parameter nicht einfach kopiert, sondern es wird eine Kopie erstellt, bei der alle kleinen Buchstaben durch Großbuchstaben ersetzt sind. Im zweiten Beispiel wird nicht ein leerer String erzeugt, sondern ein String mit Inhalt Hello World, also mit elf fest vorgegebenen Zeichen. Natürlich könnte man die Klasse Y so gestalten, dass nicht ein fester String zurückgeliefert wird, sondern ein String, der beispielsweise wieder durch Attribute der Klasse Y definiert ist. Das geht nicht nur mit einzelnen Objekten, sondern auch mit Arrays. Um das zu sehen, modifizieren wir das erste Interface leicht. Die Funk-Dionale-Methode liefert nun nicht mehr einen String, sondern ein Array von Strings. Dementsprechend ändern sich die Namen des Interface und der Funk-Dionalen-Methode im Rahmen der im Zusammenhang mit der letzten Folie schon genannten Convent Ion. Der Lambda-Ausdruck sieht dann so aus dieser Lambda-Ausdruck passt. Wenn wir hier die Funk-Dionale-Methode genau einen Parameter hat und dieser vom Typ int ist, und wenn die Funk-Dionale-Methode ein String-Array zurückliefert. Auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass man auch ganz andere Methoden verwenden könnte. Diese Methode der Klasse Z könnte ihrem Namen nach beispielsweise ein String-Array zurückliefern, bei dem jede Komponente eines String-Repräsentat-Ion ihres Index ist. Es fehlt noch eine Art von Referenz-Typ. Aufzählungen von konstanten Erinnerung an Carl J. Direct-Ion ist ein Enum-Typ mit den konstanten Noes, East, South und West. Oben sehen Sie ein einfaches Beispiel für die Definite-Ion eines Enum-Typs. Dies ist ein typischer Anwendungsfall für Enum-Typen. Eine relativ kleine Anzahl von Konstanten, die die verschiedenen Ausprägungen einer Entität bezeichnen. Hier die Entität Wochentag genauso würde es etwa Sinn machen, die zwölf Monate oder die vier Jahreszeiten oder die drei Musketiere Athos, Bortos und Aramis als Enum-Typen zu definieren. Anstelle von Kles oder Interfis steht das Schlüsselwort Enum. Durch Kommas voneinander getrennt, werden die Konstanten aufgezählt gemäß der Namenskonvent Ion, die wir im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen Abschnitt zu Identifiern kennengelernt haben, enthalten die Konstanten keine Kleinbuchstaben, nur Großbuchstaben Erinnerung an Carl J. Bei den vier Konstanten des Enum-Typs Direct-Ion wurde diesen Namenskonvent Ion nicht eingehalten. So können wir nun eine Variable namens D vom Typ wiegt.de einrichten und mit einem der Wochentage initialisieren. Die einzelnen Konstanten in einer Aufzählung sind also exakt genauso ansprechbar wie Klassenkonstanten, Name der Klasse plus Name der Konstante, durch einen Punkt verknüpft. Selbstverständlich können wir auf gleicher testen. Dieser Test liefert natürlich True. Wenn wir einen Enum-Typ einrichten wie oben wiegt.de, dann bekommen wir ein paar Methoden automatisch vom Compiler geschenkt. Unter anderem die Objektmethode Ordinal. Wir sehen gleich noch weitere. Die Methode Ordinal liefert die Post-Ion in der Aufzählung zurück. Beginnend mit 0 für Sunday, die Reihenfolge der Konstanten in der Definit-Ion des Enum-Typs ist also nicht unbedingt egal. Auch beim Durchlauf durch alle Konstanten ist die Reihenfolge der Konstanten wichtig. Die ebenfalls vom Compiler automatisch hinzugefügte Klassenmethode Values liefert ein Array vom Typ wiegt.de zurück, dessen Komponenten die Konstanten von wiegt.de sind. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der Definit-Ion des Enum-Typs angegeben sind. Daher kann man auch die Konstanten eines Enum-Typs so wie je gezeigt mit einer Vorschleife durchlaufen Erinnerung an Carl J. Mit einer solchen verkürzten Vorschleife wurden Errays von Klasse-Robot durchlaufen. Die automatisch hinzugefügte Objekt-Methode-Name liefert einen String zurück, dessen Inhalt genau der Identifier ist. In diesem Beispiel also die Strings Sunday, Mande und so weiter. Enum-Typen bieten in Java die Möglichkeit, weitere Funkt-Ionalität an die Konstanten anzufügen. Dafür sehen wir uns ein weiteres Beispiel an von der Art her. Ist das durchaus ein typisches Beispiel für Enumerat-Ionen. Ausgewählte verschiedene Farben, aber man hat sich bei der Entwicklung von Java anders entschieden und Farben zu Klassenkonstanten der Klasse Java.awt.color.color gemacht. Daher ist das Beispiel auf dieser Folie nur illusterativ zu verstehen. Eine Farbe soll in diesem illusterativ in Beispiel durch drei gebrochene Zahlen jeweils im Bereich 0.1 kodiert werden. Je eine Zahl für den Rot-, Grün- und Blau-Anteil. Wir wollen jeder Konstante dieses Enum-Typs entsprechende konstante Attribute mitgeben, die dann durch diese drei Methoden abgefragt werden können. Der Platz reicht nicht aus, um den Enum-Typ, den wir Selected Callas nennen, auf einer einzigen Folie in einer vernünftigen Schriftgröße zu präsentieren. Hier erst einmal die Farbkonstanten selbst. Nur ein paar beispielhafte Farbkonstanten, um genau zu sein. Weitere Farbkonstanten sind ausgelassen und hier nur durch Punkte angedeutet. Für jede Farbkonstante wird ein Konsterektor aufgerufen, den wir noch definieren müssen. Er bekommt die drei Farbanteile als Parameter. Zum Beispiel Grau setzt sich zu gleichen Teilen aus Rot-, Grün- und Blau zusammen. Bei dunklem Grau sind alle drei Anteile eher niedrig. Zur Trennung von den weiteren, als nächstes zu definierenden Bestandteilen ein Semikolon hinter der letzten Konstante. Das sind jetzt die drei Konstanten und der Konsterektor, den wir eben schon verwendet, aber noch nicht definiert hatten. Konstanten heißt natürlich final, da wir die Werte durch Methoden zurückliefen, sind die Konstanten private. Das ist der Konsterektor. Er sieht eigentlich so aus wie immer. So dass wohl nichts dazu zu sagen ist, nur vielleicht dies. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Finalattribute im Konsterektor initialisiert werden müssen. Falls dies nicht schon in der Definite Aon der Finalattribute selbst passiert. Der wichtige Punkt ist dieser, bei Enumtypen ist der Konsterektor private. Das ist auch sinnvoll. Denn man soll ja keine Objekte von einem Enumtyp selbst einrichten. Die Objekte sind in der Definite Aon des Enumtyps vollständig aufgezählt. Der Compiler ruft den Konsterektor zu Beginn des Programmlaufs für jede Konstante im Enumtyp auf Enumtypen bieten noch einige weitere Flexibilität. Aber das lassen wir hier aus. Als nächstes die Methoden, die wir zusätzlich haben wollen, also schon vor ein paar Folien benutzt, aber noch nicht definiert haben. Wir schauen uns nur eine der drei Methoden beispielhaft an. Die Methoden GetGreenFractAon und GetBlueFractAon sind völlig analog. Da intern einfach drei Konstanten für die drei Farbwerte einer Farbe gespeichert werden, braucht einfach nur der Wert der entsprechenden Konstante zurückgeliefert zu werden. Zum Abschluss des Themas Enumtypen noch die Einordnung von Enumtypen ins Typenschimmer von Java. Enumtypen sind in Java tatsächlich Klassen, und zwar abgeleitet von einer vordefinierten Klasse namens Java.lang.enum. Das erklärt auch die vom Compiler geschenkten Methoden wie Ordinal, Values und Names. Sie sind in Klasse Enum definiert und werden an jeden Enumtyp vererbt. Umgekehrt lassen sich wie auf dieser Folie auch Klassen von Enumtypen ableiten sowie von anderen, normalen Klassen. Auch die Konsequenz ist dieselbe wie bei normalen Klassen. Die Funkt-Aonalität wird vererbt. Konkret bei Enumtypen heißt das, den Konstanten des Enumtyps, den von Klasse Enum ererbten Methoden und den für den Enumtyp selbst definierten Methoden muss innerhalb der abgeleiteten Klasse nicht der Name des Enumtyps vorangestellt werden. Enumtypen lassen sich also begrifflich unter Klassen subsummieren. Das werden wir in Zukunft auch machen. Erinnerung an Karel J. Mehrere Klassen wurden mit Extents von dem im Karel J Package definierten Enumtyp direkt ION abgeleitet, sodass die vier Konstanten nicht mit direkt ION.noes und so weiter angesprochen werden mussten, sondern einfach nur mit Noes und so weiter. Jetzt haben wir alles zusammen für ein paar grundlegende Begrifflichkeiten, die wir im weiteren Konsequenz verebten werden. Zunächst einmal können wir genau sagen, was eigentlich Referenztypen sind, nämlich alle Klassen, Interfaces, Enumtypen sowie Array von beliebigem Komponententyp. Alle vier Arten von Typen haben die Aufteilung in Referenz und Objekt gemeinsam. Bei Enumtypen kann man kein Objekt selbst erzeugen. Was dadurch sichergestellt ist, dass der Konsterukter private sein muss. Der Compiler richtet zu Beginn der Programmausführung je ein Objekt ein für jede Konstante, die im Enumtyp definiert ist, und lässt diese Konstante darauf verweisen. Achtung, in vielen objektorientierten und anderen Programmiersprachen sind Enumtypen und Arrays keine Referenztypen, sondern separate Konsterukte. Der zweite einzuführende Begriff ist Subtyp. Dafür machen wir eine Fallunterscheidung. Enumtypen sind hier wieder unter Klassen subsummiert. Jede Klasse Y, die von einer Basisklasse X mit Extens direkt abgeleitet ist, ist ein Subtyp der Basisklasse X. Ebenso alle von Y direkt mit Extens abgeleiteten Klassen und so weiter. Ebenso werden alle indirekt abgeleiteter Klassen Subtypen genannt. Also wenn noch eine oder mehrere Klassen in der Vererbungshierarchie dazwischen stehen. Dasselbe gilt völlig analog für Interfaces. Interfaces haben aber auch Klassen als Subtypen. Und zwar kann man das so sagen, jede Klasse, die durch eine Kette von Extens und Implements aus einem Interface abgeleitet ist, ist ein Subtyp dieses Interfaces. Die Subtyp Relat A O N überträgt sich auch auf Array-Typen. Ist A ein Subtyp von B, dann ist Array von A ein Subtyp von Array von B. Speziell für Klassen sehen wir uns die Verwendung von Subtypen zuerst an einem kleinen Beispiel an und sammeln die Erkenntnissen nach dem Beispiel systematisch zusammen. Interfaces und Array-Typen sind analog, so dass wir uns beispielhaft auf Klassen konzentrieren können. Wir erinnern uns, dass auch Enumtypen unter Klassen subsummiert sind. Links sehen Sie einfach wieder Beispielmaterial. Eine Klasse Y abgeleitet von einer Klasse X in der Klasse A rechts werden die drei Fälle illustriert. Hier wird einer Referenz ein Objekt von einem Subtyp zugewiesen. In diesem Fall handelt es sich um eine Objektvariable. Aber bei einer Klassenvariablen, einer LITERS-OK-A-Lane-Variablen oder einer Array-Komponente wäre es dasselbe. Subtyp geht immer. Auch bei Rückgabetyp X kann ein Objekt eines Subtyps von X wie etwa Y zurückgeliefert werden. Die Klasse A, die Sie auf der letzten Folie rechts gesehen haben, sehen Sie 1 zu 1 jetzt auf der linken Seite noch einmal. Ein zweites Beispiel eine Zuweisung mit einem Objekt eines Subtyps. Diesmal an einer L-OK-E-Variable. Und in der letzten Zeile noch ein Beispiel dafür, dass auch als Parameterwert ein Objekt eines Subtyps übergeben werden kann. Wir sind jetzt an dem angekündigten Punkt, dass wir die Erkenntnisse aus den Beispielen zusammensammeln können. Wir haben gesehen, eine Variablen von einem Referenztyp kann ein Objekt desselben Typs oder eines Subtyps zugewiesen werden. Dabei spielt es keine Rolle, Ob dies in Form einer Zuweisung eines Parameter wird es bei einem Methodenaufruf oder einer Rückgabe passiert. Natürlich nur, wenn der Subtyp Objekte haben kann. Bei Interfaces und Apps T-Raktenklassen als Subtyp geht das also nicht. Bei Enumtypen kommen nur die in der Definit-Ao in aufgezählten Konstanten in Frage, da keine weiteren Objekte von einem Enumtyp erzeugt werden können. Es gibt natürlich auch den komplementären Begriff. X ist ein Subtyp von Y genau dann, wenn Y ein Subtyp von X ist. Nebenbemerkung. Zur sprachlichen Vereinfachung werden die Begriffe Subtyp und Subtyp häufig so definiert, dass jeder Referenztyp auch sein eigener Subtyp und Subtyp ist. Dem folgen wir nicht. Nur noch die letzte grundlegende Begriffsbildung in diesem Abschnitt. Die Unterscheidung zwischen dem statischen und dem dynamischen Typ eine Referenz. Der statische Typ einer Referenz ist der, mit dem sie definiert wird. In diesem Beispiel ist also X der statische Typ von Y. Dieser Typ ist unveränderlich mit der Referenz verknüpft. Daher der Begriff statischer Typ. Der dynamische Typ einer Referenz ist der Typ des Objekts. Auf das diese Referenz verweist der dynamische Typ muss immer entweder gleich dem statischen Typ oder ein Subtyp des statischen Typs sein. Wie dieses kleine Beispiel schon zeigt, kann sich der dynamische Typ einer Variablen im Laufe der Zeit beliebig häufig ändern. Nach Setzung der Variable auf 0 hat sie formal weiterhin einen dynamischen Typ. Genannt 0-Typ. 0-Type. Aber wir können uns das auch informell so vorstellen, dass die Variable gar keinen dynamischen Typ mehr hat, bis sie wieder auf ein Objekt gesetzt wird. Wir schauen uns jetzt noch einmal zusammenfassend an, was der statische und was der dynamische Typ jeweils entscheidet. Zugriff auf ein Public-Attribut des statischen Typs X ist kein Problem, das kennen wir auch schon. Was hingegen nicht geht, ist der Zugriff auf ein Attribut, das im statischen Typ noch nicht definiert ist. Auch wenn der dynamische Typ dieses Attribut besitzt, das ist auch sinnvoll. Denn in unwesentlich komplexeren Situat-Ionen als hier kann der Compiler schon nicht mehr überprüfen, ob der dynamische Typ von A wirklich Y ist, also ob das Objekt, auf das A verweist, wirklich dieses Attribut hat. Die Methode M2 ist ebenfalls nicht im statischen Typ vorhanden und kann daher aus denselben Gründen nicht aufgerufen werden. Die Methode M1 ist schon im statischen Typ eingeführt, kann also aufgerufen werden, wir wissen schon, dass dann aber die Implementar-Ion für Y aufgerufen wird. Das geht auch, wenn die Methode im statischen Typ nur deklariert wurde. Also Appsteract ist dann die nicht vorhandene Implementar-Ion der Methode in der Basisklasse kommt ja nicht ins Spiel, sie kann niemals ins Spiel kommen. Da von einer Appsteract-Klasse kein Objekt eingerichtet werden kann und der Typ des Objekts die Implementar-Ion der Methode auswählt, hier haben wir noch einmal die Regeln zusammengefasst. Auf ein Attribut oder eine Methode kann genau dann über eine Referenz zugegriffen werden. Wenn das Attribut bzw. die Methode schon im statischen Typ vorhanden ist, dort definiert oder ererbt, welche Implementar-Ion der Methode aufgerufen wird, das hängt von der Informat-Ion im Objekt, also vom dynamischen Typ ab. Wir hatten schon beim Thema Appsteract-Klassen ein Beispiel gesehen. Warum diese Regelung gut ist hier noch einmal die Folie zum Einrichten eines beispielhaften kleinen Bildes als ein Array einer Basisklasse. Und für jede Art von geometrischem Objekt gibt es eine eigene Klasse. Und so wurde das Bild auf eine Zeichenfläche gezeichnet. Der Komponententyp des Arrays ist von der Basisklasse. Hier können keine Methoden aufgerufen werden, die in der Basisklasse nicht schon definiert sind, aber sie müssen in der Basisklasse noch nicht implementiert sein. Denn die tatsächlich aufgerufene Implementar-Ion der Zeichenmethode ist die der abgeleiteten Klasse. Das ist auch sinnvoll. Natürlich sollte das Zeichnen bei jedem geometrischen Objekt spezifisch für diese Objektart sein. Und das ist eben die Implementar-Ion in der jeweiligen abgeleiteten Klasse. Wie man hier sieht, setzt sich das Thema statischer dynamischer Typ auch auf Arrays fort. Einer Array-Variablen von einer Basisklasse kann man ein Array-Objekt von einer abgeleiteten Klasse zuweisen. Der Zugriff auf eine Komponente erfolgt dann über den Typ X. Insbesondere kann man nicht auf die Funkt-Ionalität von Y zugreifen. Die noch nicht ein X definiert ist. Damit schließen wir das Thema statischer dynamischer Typ ab. Zu Beginn dieses Kapitels hatten wir diesen Punkt kurz angesprochen. Eine Referenz verweist zuerst auf ein Objekt. Später durch Zuweisung auf ein anderes. Es ist natürlich sehr wichtig, dass dies möglich ist. Allerdings auch gefährlich. Denn was passiert, wenn wir zweimal ein neues Objekt einrichten und deren Anfangsadressen jeweils derselben Variable zuweisen? Durch das erste New sei das linke Objekt eingerichtet worden. Dann hat der Pfeil nach der Ausführung der ersten Zeile auf das linke Objekt gezeigt. Das zweite New richtet nun das rechte Objekt ein. Und der Pfeil zeigt nun darauf. Die Adresse des zuerst eingerichteten Objekts ist nun in keiner Variable mehr gespeichert. Dieses Objekt ist vom Programm aus nicht mehr erreichbar. Es ist misslich, wenn ein Objekt auf diese Art verloren geht. Das vielleicht noch wichtige, unverzichtbare Daten enthält. Wenn wir diese Daten retten, aber dennoch A für andere Zwecke nutzen wollen, müssen wir folgendes tun, bevor wir A mit der Adresse eines zweiten Objekts überschreiben. Müssen wir die Adresse des ersten Objekts in einer anderen Variable speichern. Hier sehen Sie dieselben beiden Zeilen wie auf der letzten Folie, nur dass noch eine Zeile dazwischen geschoben wurde, in der die Adresse des ersten Objekts in der Variablen Z gerettet wird. Bevor A mit der Adresse des zweiten Objekts überschrieben wird. Ein Objekt kann also sozusagen verloren gehen. Nämlich dadurch, dass seine Adresse in keiner Variable mehr gespeichert ist. Das ist auch sehr häufig so gewünscht. Nämlich immer wenn man ein Objekt nicht mehr braucht das Problem ist, dass der Speicherplatz für das Objekt weiterhin reserviert bleibt. Dieses Problem und seine Lösung des Problems in Java sehen wir uns als nächstes an. Um die Brisanz des Problems klarer zu sehen, treiben wir es ins Extrem. Indem wir immer neue Objekte in einer Endlosschleife einrichten und jeweils die Adresse sofort wieder verloren geben. Es werden also ohne Ende neue Objekte eingerichtet. Jeweils in dem Speicherplatz, der noch nicht von den bisher eingerichteten Objekten belegt ist, da der Speicherplatz natürlich nur endlich groß ist, ist irgendwann kein Speicherplatz mehr da. Das Programm bricht mit einem Fehler ab. Aber ganz so ist es zum Glück nicht genau. Dafür gibt es den Garbage Collector, zur Deutsch Müllsammler. Weiter vorne hatten wir schon das Laufzeitsystem erwähnt. Der Garbage Collector ist ein Bestandteil des Laufzeitsystems von Java und leistet uns damit implizit seine Dienste. Für die wir ihm dankbar sein müssen, siehe Zusammenfassung, Programme und Prozesse. Spätestens wenn der Speicherplatz knapp wird, dann wird der Garbage Collector zum Leben erweckt. Vielleicht auch schon früher, damit es gar nicht erst so weit kommt. Wann genau das passiert, kann man beeinflussen, das ist eine der wesentlichen Stellschrauben. Um die Laufzeit eines Java-Programms zu verbessern, mehr dazu im Kapitel zu effizienter Software. Was bedeutet nun Müllsammeln konkret? Der Müll, der aufgesammelt wird, das sind genau die Objekte, um die es hier geht, nämlich die Objekte, deren Speicherplatz immer noch reserviert ist. Obwohl sie vom Programm aus nicht mehr angesprochen werden können und daher absolut nusslos geworden sind. Der freigegebene Platz kann für die Einrichtung neuer Objekte wiederverwendet werden. Mehr brauchen wir hier über den Garbage Collector nichts zu wissen, und daher beenden wir das Thema. Bisher waren alle Attribute eine Klasse von primitiven Datentypen. Das muss natürlich nicht so sein. Bei Arrays hingegen haben wir schon gesehen, dass die Komponenten von einem Referenztyp sein können. Wir richten wieder zwei verschiedene Klassen ein, X und Y. Die Details der Klasse X interessieren uns nicht, weswegen wir diese Details wieder nur mit Punkten andeuten. Das Einzige, was uns an Klasse Y interessiert, ist das Attribut B, das von Klasse X ist. Das Objekt von Klasse Y, auf das A verweist, verweist nun mittels Attribut B seinerseits auf ein Objekt, nämlich von Klasse X. Und so kann man sich das Ganze dann im Speicher vorstellen. Die Referenz A verweist wie gesagt auf ein Objekt von Klasse Y, und das Attribut A.B. verweist auf ein Objekt von Klasse X. Damit sind wir jetzt soweit, dass wir die Methoden verstehen können, mit denen man in einem Java-Programm typischerweise in Format Ionen auf den Bildschirm schreibt. Wie Sie sehen, gibt es zunächst einmal zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Print und Printed-In. Die letztere Vers ION wird meist Printline ausgesprochen. Der Unterschied ist, dass Printline einen Zeilenumbruch hinter die Ausgabe schreibt. Das heißt, die darauf folgend nächste Ausgabe ist dann in der nächsten Zeile. Wie Sie ferner sehen, gibt es für die verschiedenen Arten von Daten jeweils eine solche Methode. Es gibt noch ein paar weitere Methoden-Print bzw. Printline. Aber die auf dieser Folie sind die für uns relevanten Vorgriff. Im Kapitel zu Methoden, Abschnitt zur Signatur. Werden wir die genauen Regeln für das Überladen von Methoden mit verschiedenen Parameterlisten sehen. Die Klasse System ist vordefiniert in Java.lang. Diese Klasse System hat unter anderem ein Klassenattribut namens Out. Dieses ist von einer ebenfalls vordefinierten Klasse namens Java.io.printest.io für Input-Output. Und diese Klasse Printest.io hat mehrere Objektmethoden namens Print bzw. Printline. Analog sieht es aus. Wenn ein Array von Klasse X eingerichtet wird, zwei der drei Komponenten verweisen auf neu eingerichtete Objekte. Vorgriff. Array-Komponenten von einem Klassentyp werden bei Einrichtung des Arrays immer mit 0 initialisiert. Daher hat die Komponente an Index 1 den Wert 0. Implizite Initialisierungen sehen wir uns im Kapitel zu Methoden. Abschnitt zu Variablen Definite Ionen, genauer an. Wir haben schon diese Kurzform für die Vorschleife beim Durchlauf durch ein Array gesehen. Name des Komponententyps, dann ein neu eingeführter Identifier. Nach dem Doppelpunkt schließt sich der Name des Arrays. Die Konsequenz ist, dass die Komponenten von A nacheinander in den einzelnen Schleifen durchläufen. In Aufsteigen der Reihenfolge der Rende Cs jeweils der Variablen B zugewiesen werden. Im oberen Bild ist die Situation Ionen im ersten Durchlauf dargestellt. B enthältst denselben Wert wie die Komponente von A an Index 0, verweist also auf dasselbe Objekt. Und natürlich geht es auch umgekehrt. Attribute einer Klasse können Arrays sein. Wir hatten soeben gesehen, dass ein Attribut einer Klasse X wieder von einem Klassentyp Y sein kann. Die Klassen X und Y müssen dabei gar nicht verschieden sein. Eine Klasse X kann durchaus auch Attribute von X haben. Das Thema hat einen wichtigen Anwendungshintergrund. Verzeigerte Listen den schauen wir uns später genauer an. Hier nur kurz im Zusammenhang mit dem Garbage-Collector im Hinblick auf Listen werden wir die Klasse nicht mehr X, sondern Item nennen, und die Referenzvariable heißt nicht mehr A, sondern Held. Also Verweis auf den Kopf der Liste das Attribut von Typ Item heißt Next. Also Verweis auf das nächste Element der Liste und jedes Item Objekt trägt eine einzige weitere Informat Ion. Die 3D-Io-Nelkey für Schlüsselwert genannt wird ohne die Unterscheidung zwischen Referenzen und Objekte könnte so etwas ja gar nicht gehen. Denn wenn ein Item wieder ein Item enthalten könnte, dann würde dieses wieder ein Item enthalten und dieses wieder ein Item enthalten und so weiter. Eine unendliche Regress-Io-An aber ein Attribut eines Klassentyps ist ja kein Objekt, sondern eben nur eine Referenz. Das heißt, ein Objekt der Klasse Item enthält nicht ein anderes, sondern verweist auf ein anderes. Wir lösen uns jetzt erstmals von diesem Bild des Speichers und stellen uns die Objekte aus dem Speicher herausgeschnitten vor. So wie unten der Bildinhalt unten ist im Grunde bis ins Detail derselbe wie oben ein Attribut von einem Klassentyp, das nicht explizit initialisiert ist, wird auf 0 gesetzt. Daher ist hat.next.next gleich 0 wie im unteren Bild gezeigt. Wenn wir also zwei Objekte der Klasse Item so über das Attribut Next aneinanderketten können, dann spricht nichts dagegen, das auch mit beliebig vielen Objekten so zu machen. Im Kapitel zu Generics und Collect Ion werden wir solche Listens-Directoren eingehend betrachten. Beachten Sie, dass der Garbage Collector alle Objekte in dieser Liste in Ruhe lässt. Solange Head auf das erste Objekt in der Liste verweist, sind alle Objekte in der Liste vom Programm aus erreichbar. Wenn auch indirekt über die vorangehenden Objekte der Garbage Collector prüft das Benebel nach und gibt für keines dieser Objekte den Speicherplatz frei. Damit beenden wir das Kapitel zu objektorientierter Apps Teract Ion.